Die haben das auch gesehen. Die konnten nichts mehr sagen, dass er nicht von Gott kommt. Und das sehr interessant ist, Gott hat diesen Pharao zehnmal Gnade geschenkt. Und das ist eigentlich eine Ausnahmesituation. Im Allentestament ist es immer dreimal, dass Gott dich ruft. Aber zehnmal hat er die Chance bekommen, umzukehren. Und dann hat der Herr, also er selber hat sein Herz verstockt, und Gott hat dann gesagt, ich werde sein Herz jetzt verstocken, jetzt gibt das Gericht. Jetzt ist das Urteil über dieses Volk, also über den Pharao. Kurz gesagt, am Ende des Tages sehen wir, dass David gesalbt worden ist. Wir sehen zum Beispiel, dass Salomo gesalbt worden ist. Wir sehen zum Beispiel, dass Hiskia gesalbt worden ist. So, und wer hat Mohammed gesagt? Kein Arsch. Es gibt eine Geschichte in der Bibel. Es gibt die Juden. Die Juden haben sehr viele Bücher über dem Alten Testament. Und die haben so Rechtsschulen, so ähnlich wie im Islam. Die haben viele Gelehrten. Und die sagen, es gab schon viele falsche Propheten in der Zeit. Und deswegen kam die Stelle im fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18. Wenn ein Prophet in meinem Namen etwas sagt, und das trifft nicht ein, so soll er gesteinigt werden. Also er soll getötet werden. Weil er in meinem Namen falsches Zeugnis abgelegt hat. So, und es gab es in der Zeit von Mose auch viele falsche Propheten, die im Umlauf waren, die behauptet haben, dies, das, 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 das. So haben die gesagt. Ja? Aber Mose erwähnt das nicht. Weil es für die einfach uninteressant war. Aber es gab es in dieser Zeit. Es gab es auch heute noch falsche Messiasse oder teilweise Leute, die sagen, ich bin Jesus. Und das war im Alten Testament ein Todesurteil. So. Und genau so ist das mit Mohammed passiert. Der behauptet, er ist ein Prophet. Keiner hat ihn bestätigt. Seine Wundern, ja, oder seine Zeichen. Man sagt ja, er war ja nur ein deutlicher Wahner. Er war ja kein, äh, keiner, keiner der Wunder getan hat. Ja? Aber, jetzt kommt's. Wie soll man ein Wunder machen, wenn der Koran zum Beispiel 530 nach, äh, nach, vor, vor Mohammeds Gebot entstanden ist? Das ist der Birmingham-Koran. Ich glaube, das ist nur meine Theorie, dass, äh, wenn man außerhalb des Islams geht, dass man nicht beweisen kann, dass Mohammed existiert hat. Kannst du nicht. Wenn du außerhalb des Islams gehst, es gibt kein Indiz dafür, dass Mohammed gelebt hat. Warum? Die ersten Moscheen wurden Richtung Petra. Die Gibla. Richtung Petra. Nicht Richtung Mekka. Und es gab's auch mehrere Kabas. In Jemen, in Petra gab's mehrere Kabas. Wird das nicht im Koran erwähnt? Auch, ja. So. Dann haben wir die nächste Problematik. Äh, sehen wir zum Beispiel, dass die Kabah eine Handelsroute gewesen war, was die Sira sagt. Was die islamischen Quellen angeblich sagen. Dass Mekka ein Handelsstaat war, ist auch eine Lüge. Die haben eine Karte aus dem 7. Jahrhundert und dort war Mekka nicht aufgelistet, sondern Petra. So, das ist schon mal erst mal fail. Dann ist er angeblich nach Al-Aqsa Moschee geritten. Ja, mit irgendwelchen angeblichen Halbmenschen, mit Halbesel oder was weiß ich. Aber da war die Al-Aqsa Moschee doch gar nicht gebaut. Also da sehen wir auch schon mal historische Fehler. Erst nach seinem Ableben wurde das gebaut. Also wie soll er bitte dahin gereist sein, wenn da noch nicht mal die Moschee war? Vierte Sache ist, die Gelehrten sind sich einig, dass es ein Traum war. Dass es nicht wortwörtlich ist. Dass er nicht tatsächlich mit deinem Esel dahin irgendwie gereist ist, sondern die sagen, es ist ein Traum gewesen. So, die fünfte Sache ist, der Kalif Abdul Al-Malik hat Münzen angefertigt, die mit Kreuzen waren. Wie kann ein Muslim, ein Kalif, Kreuze aufzeichnen? So, und da sind nur vier, fünf Punkte, aber es gibt viel mehr Punkte, dass Morwet nicht existiert hat. So, und es gibt natürlich viele islamische Professoren. Auch vor allem in Deutschland, in Amerika, in Europa zumindest, die ihren Verstand einschalten. Die sind sich sicher sogar, dass sie sagen, dass Morwet nicht existiert hat. So, es gibt zum Beispiel den Kalisch aus Münster. Das ist ein Doktor in Islamgeschichte. Er hat ein Interview gegeben, er sagte, weder Beweise, weder kann ich etwas beweisen, dass Morwet existiert hat, oder sonst was. Er kann das nicht. Es gibt es weder für und gegen. Also, wenn du zum Beispiel außerhalb dieses Lamm gehst, um zu beweisen, dass Morwet gelebt hat, gibt es nicht. So, und wie wurden damals die Muslime genannt überhaupt, im 9. und 8. Jahrhundert? Die hießen nicht damals Muslime. So, die hießen Nazarene. So hat man die damals genannt. So, und wie sie auf Mohammed kommen? Einige sagen, dass mit Mohammed die Bedeutung bezieht sich nur auf Jesus. Dass es einfach Isa ist. Dass es Jesus ist. Die Bedeutung dahinter. Der Barmherzige, der Gäge und so weiter. Da sagen die... Ich verstehe jetzt nicht ganz. Sie hießen Nazarene. Und welcher Lehre sind sie gefolgt? Also, das unter Abdul Al-Malik. Es gibt eine Aussage von Abdul Al-Malik, dass er gesagt hat, ich bete den Barmherzigen. Und dann sagt er, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ich bete den an. Das gibt es. Da gibt es ein Zitat von dem. Und das passt nicht zu einem Kalifen. So, zum Beispiel die Moschee. Ein Al-Aqsa Moschee haben die auch untersucht. Die Schriften. Da steht, gepriesen sei der Barmherzige. Al-Masih. So, da kommt nichts mit Mohammed, dass er der letzte Gesandte ist. Wo ist die Schahada? In der Al-Aqsa Moschee gibt es keine Schahada. Da steht nur, gepriesen sei der Barmherzige Al-Masih. Das war es. So. Und ich denke eher, dass Abdul Al-Malik seine eigene Religion zusammengebastelt hat. Und irgendwie entstand dann eine Person Mohammed, der... Ja, und die Hadithin ist auch schwachsinnig. Es ist auch ein schwachsinniger Blödsinn. Die entstanden ja erst im dritten, vierten Jahrhundert. Das ist keine Beweiskraft. Die sagen, überliefert von, 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 von. Aber existierte Ali? So, und dann gab es die Untersuchung mit der Kamir-Schlacht. Zwischen Aisha und, äh, und, äh, Imam Ali. Also die Schia glauben da dran. Hat nie stattgefunden. Also du könntest jetzt sagen, komplett fiktive Person, also überhaupt nicht existent. Also meine, also meine Überzeugung, was ich, was ich, und, was ich untersucht habe, außerhalb des Islams, ja. Total. Es gibt tatsächlich keine Beweise dafür. Es spricht alles gegen. Alles, was, oder zum Beispiel, dass er die Schlacht in Al-Badr, das war ein Tal, so entstand auch Sola-Al-Anfall, dass es angeblich dort eine Schlacht stattgefunden hat. Existiert auch nicht. Aber, kennst du die Erklärung von Dr. J. Smith? J. Smith kenne ich nicht, nein. Der erzählt, dass, dass, äh, einer im Jahr 1000 die Geschichte von Mohammed erfunden hat. Ja. Dass eigentlich er das ist, ja, dieser Typ. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht genau. Ja, ich weiß, es gibt zwei Theorien. Einmal eine Person im Jahr 1000, ich weiß, ich glaube, Muslimanissa oder so, weiß ich, ich weiß es nicht mal ganz genau, der auch Ägypten erobert hat, glaube ich. Also es gibt zwei Theorien, einmal eine Person und einmal Abdel al-Malik. Also es gibt zwei Theorien halt, ne. Ja, das, also die haben Kriege geführt, ja, im Namen Gottes angeblich und die haben gesagt, dass die halt diese Person sind als Mohammed. Ja, ja, genau, genau. Also viele, deswegen sage ich ja, viele haben sich so genannt, aber eigentlich ist Mohammed eigentlich Jesus. Das ist, Mohammed ist einfach nur eine Bedeutung der Barmherzigen. So, und die Hadithen sind die einzige Katastrophe. Du musst dir vorstellen, es gab es in der Geschichte, im Umlauf, 600.000 Aussagen angeblich von Mohammed. Mohammed, so, Imam Bukhari kommt aus Usbekistan, ganz weit weg. Und der soll schon mit zwölf Jahren nach Syrien, nach Ägypten gereist sein und hat alle Hadithen zusammengefasst. Und sollte innerhalb von einem Jahr entscheiden, welche Aussage von Mohammed richtig ist und was falsch ist. So, alleine das ist schon mal krank. 600.000 Hadithen, ein Zwölfjähriger macht sich auf den Weg. Dann ist er 14 und dann fängt er an mit seiner Arbeit. So, wie soll ein 14-Jähriger bitte alle 600.000 innerhalb von ein paar Jahren untersuchen, was falsch ist und was richtig ist. So, hätte Ali oder Imam, also hätte Ali oder Aisha oder wie die alle heißen existiert, hätten wir noch von denen Manuskripte in der Zeit. Deren Aussage, korrekt? Weil es gibt ja 600.000 Hadithen. Also wir müssen immer noch irgendwelche Manuskripte, Urtexte von denen haben. Es kann ja nicht sein, dass Imam Bukhari nur der Einzige ist. Sondern bei 600, wir haben insgesamt 594.000 Manuskripte vom Neuen Testament. Und die sind auffindbar. Und das ist der Beweis. P 52, Hornes Evangelium. Entstand wann? Zwischen 90 nach Christus und 100 nach Jesus. So alt ist das Manuskript. Das ist ein Beweiskraft. So, aber warum gibt es die, die 600.000 Hadithen haben? Wo ist die Manuskripte davon? Wo sind die Sprüche davon? Woher hat Imam Bukhari diese Aussagen, dass er sagt, das ist wahr, das ist Sahih, das ist nicht Sahih? Und da fängt er schon an. Ilya, ich habe eine Frage noch. Also erstmal, das was du gerade gesagt hast. Mohammed sagt ja auch nirgendwo, dass es Ausleger geben wird für den Koran. Also jemanden, der Hadithen bringt. Jetzt ist aber eine andere Frage. Wenn alles passiert ist in der Zeit Mohammeds, also die ganzen Eroberungskriege und alles, was halt passiert ist, und der Koran, der ist ja 300 Jahre später, denke ich da richtig? Also laut islamischen Quellenangaben entstand ja so nach Mohammeds Ablehn so 14 Jahre später. Ungefähr hat sich dann der Othman dann quasi das quasi... Was denkst du, ist dann der Sinn des Ganzen, den nochmal so... Ja, ich sage dir ganz einfach, Bruder, der Islam ist ein Dokutismus. Der Islam ist Sekte. Das ist ein Stand von Christentum, von christlichen Sekten. Deswegen ist eben in Moraka, was du angesprochen hast, eine wichtige Person. Das ist einfach nur eine Ableger. Mehr ist das nicht. Das ist einfach nur eine Sekte, die einfach ihre eigenen Gesetze... Guck mal, alles, was die Bibel sagt, ist der Koran komplett verdreht. Es fängt ja schon an, dass sie sagen, Alexander der Große war ein Muslim. Die sagen sogar, ein Fisch ist auch ein Muslim. Selbst der Baum ist ein Muslim. Alles ist verdreht, alles auf den Kopf gestellt. Isaac, sagt die Bibel, sollte geopfert werden. Die machen daraus Ismail. Die sagen, Moses war ein Muslim, ein Gottesergebner. Und die machen daraus Musa. Okay? Also wir haben alle Perspektive, was die Bibel sagt, ist alles auf den Kopf gestellt. Das ist so wie mit den Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas haben auch alles auf den Kopf gestellt. Die sagen, Jesus ist nicht Gott. Er ist nur ein Erzengel Michael, sagen die. Das Paradies ist auf der Erde. Also alles auf den Kopf gestellt. Nur, dass die Zeugen Jehovas sagen, dass Gewalt nicht angewendet wird. Beim Islam ist der Gewalt in der Mitte. Ohne Gewalt existiert auch der Islam nicht. Der Islam hat sich durchgeboxt durch Gewalt. Und das ist die einzige Sekte im Christentum, die mit Gewalt anwendet. Dass sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Er starb nicht am Kreuz. Und dass jemand ein ähnlicher starb, gab es schon im zweiten Jahrhundert. Das ist nichts Neues. Dokutismus hat ja schon angefangen im Johannes-Evangelium. Als er gesagt hat, jemand, der nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist und dies und das, das, das. Er ist ein Antichrist. Die sind von uns ausgegangen. Das sagt der Apostel. So, und da fängt ja schon das, da fängt ja schon dieser Dokutismus an. Oder Isabel. Die Gemeinde in Tyritera. Ja. Was hat der Jesus Christus zu dieser Gemeinde gesagt? Jemand, der Isabel, war ja im Alten Testament eine Figur, die existierte, und hat die Propheten verführt zum Unzucht. Das war quasi eine Baalpriesterin. Sie hat sich geopfert für ihren Baal und hat da aufgefordert, dass man die quasi Männer verführt, dass man mit denen sexuelle Verkehr macht, dass es quasi zum Heil führt. Und Jesus hat ganz klar gesagt. Und Isabel war damals gestorben, also im Neuen Testament, das ist ja dann 2000 Jahre später, als Jesus dann in der Offenbarung gesprochen hat. Er hat gesagt, wir denen. Er hat sogar so krass gewarnt, dass jemand, der Unzucht macht mit Isabel, Geist, diese Lehre, so wird er seine Kinder umhauen. Aber hat er nicht getan, Tyritera existiert nicht mehr. Aber diese Gemeinde Tyritera hatte auch so ähnlich wie der Islam. Sie war gewalttätig. Sie hat gesagt, wer sich opfert oder andere tötet, der wird im Himmel kommen. Und das ist krass. Die Tyritera war sehr ähnlich wie der Islam. Aber Gott hat diese Gemeinde schon von Anfang an zerstört. Die Gemeinde existierte schon im Neuen Testament. Tyritera, könnt ihr gerne lesen. Und danach kamen 600 Jahre der Islam. Aber warum hat das Gott überhaupt zugelassen? Das ist erstmal die nächste Frage. Guck mal, wie krass das ist. Gott hat am Anfang alle Ehelehren, wo die Apostel am Leben waren, zerstört. Hananias und Saphir in Apostelgeschichte. Die haben ja versucht, schon ganz am Anfang eine Sünde zu machen, zu betrügen. Und Petrus hat gesagt, wie könnt ihr den Heiligen Geist betrügen? Ihr habt nicht Menschen betrogen, sondern ihr habt Gott betrogen. Und die vielen tot um. Genau wie das alte Testament. Hast du Sünde gemacht, warst du weg. So, und das war in der Anfang. Gott hat dann ganz klar die Menschen gewarnt. So nicht. Die Aposteln haben alles verkündigt. Die Botschaft war vollendet. Und dann kamen immer mehr Ehelehren. Aber die Manuskripte waren schon fertig. Die Botschaften waren ganz klar fertig. Danach hat Gott seine Hand weggelassen. Die Aposteln haben ihre Aufgabe getan. Die Aposteln haben uns gewarnt vor Ehelehrern. Alle Aufgaben erfüllt. Und dann kommt die Ehelehrer. Das heißt, der Teufel, jetzt in dieser Zeit, brudelt. Er hat von Anfang an gebrudelt. Also er hat gebrüllt und hat die Menschen verführt, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. So, aber die Botschaft war schon vollendet. Die Aposteln haben alles erfüllt. Gott hat, die haben ihre Aufgabe getan. Die können jetzt als Märtyrer eingehen. Johannes war einer der Ausnahme, der nicht als Märtyrer eingegangen ist. Er starb im Hohes Alter. Boom, fertig. Botschaft ist zu Ende. Und dann die letzte Offenbarung. Ganz knallhart. Ja, also Offenbarung, knallharte Aussagen. Und was in der Zeit passieren wird. Wie der Antichrist kommen wird. Sehr verknüpft mit Daniel. Also alles das ist dann zu. Danach kommen die Sekten. Und Gott lässt das zu. So, und warum lässt er das zu? Ganz einfache Kiste. Damit wir geläutert werden. Damit wir geprüft werden. Damit wir nicht verführt werden. Das heißt, die Aposteln haben ihre Kap vollendet. Jetzt müssen wir unseren Kampf. Jetzt müssen wir unser Kreuz tragen. So, und deswegen lässt Gott diese Dinge zu. Das heißt nicht, weil die Aposteln jetzt die Aufgabe alles gemacht haben, dass wir uns hier tschönen oder zu Hause unsere Pizza essen. Nein, nein, du sollst dein Kreuz tragen. Also die Aposteln haben es getan. Jetzt müssen wir so sein. Jetzt müssen wir deren Botschaft verkündigen. Die haben uns das Fundament eingelegt. Die haben uns die Briefe verfasst. Die haben Jesus Christus gesehen. Es ist wahr. Alles gemacht. Jetzt müssen wir an die Botschaft, an die Bibel glauben. Und das tun, was die Aposteln gesagt haben. Verkündigt die Botschaft. Und sie haben auch ihr Leben dafür gelassen. Na ja, klar. Für eine angebliche Lüge lassen die ihr Leben. Oder noch einmal. Es gibt keine einzige Religion in der Welt. Dass Gott persönlich auf diese Welt kommt und die Augenzeuge, die mit ihm gegessen haben, die ihn angefasst haben, dafür gibt es keinen besseren Beweis wie die Apostel. Unsere Glaube basiert nicht nur auf Verstaunen. So wie Allah sagt. Allah sagt zum Beispiel in Zura 16, Vers 38. Oh, die Glaub, seht ihr nicht? Und wollt doch verleugnen? Ja, was sollen wir denn sehen? Was ist eine Verleugnung? Eine Verleugnung ist das, was du siehst. Aber haben die Allah gesehen? Die Muslime? Oder die heutige Muslime? Haben sie ihn gesehen? Was Allah gemacht hat? Kam er auf der Erde? Nein. Also wie sollen sie ihn verleugnen, wenn sie ihn noch nie einmal gesehen haben? Und deswegen, bei uns, Jesus hat die Wunder getan, die haben es gesehen. Die Apostel, der hat die Wunder ja vor vielen Menschen getan. Das hätten ja irgendwelche Menschen getan. Und deswegen kann Jesus selber sagen, die sehen, aber sind doch blind. Das ist verleugnen. Wenn Jesus die Wunder getan hat und die verleugnen ihn, so wie die Pharisäer, das macht Sinn. Aber Allah, was er da sagt, macht gar keinen Sinn. Allah hat doch nichts gemacht. Was hat er denn gemacht? Dass man ihn verleugnet. Er sagt, seht ihr nicht und doch verleugnet ihr mich? Ja, aber die Leute haben nichts gesehen. Was hast du denn gemacht? Die angebliche Mondspaltung, was ein Humbug ist? Deswegen sage ich ja, dieses Buch widerlegt sich von selber. Aber lass mal bei Islam beiseite. Das heißt, Jesus, die Aposteln haben ihn angefasst, die haben die Wunder erlebt. Alles ist auf Augenzeuge beruht. Und das Heftige ist, gehst du außerhalb der Bibel, bestätigt das. Die Städte. Pontius Pilatus zum Beispiel. Gibt es zum Beispiel Zitate von dem. Pontius Pilatus hat man Münzen gefunden. Die Münzen sind ungefähr so alt, zwischen 30 und 40. Also sehr nah bei dem Herrn Jesus. Da wird nichts irgendwie, oder die archäologische Funde. Wie willst du das bitte verschweigen, dass die Bibel ein Märchenbuch ist? Die Bibel erwähnt alles. Erwähnt dein Herz, sprich den Menschen an, erwähnt Städte, erwähnt Zeiten, erwähnt Könige, erwähnt alles. Und alles diese Sachen kannst du prüfen. Und es ist alles wissenschaftlich belegbar. Sodom und Gomorrah, wo damals die Wissenschaftler gelacht haben. Was hat man gemacht im Jahr 2004? Die haben genau diese zwei Städte, wo Sodom und Gomorrah stattgefunden hat. Hat man verbrannte Knochen gefunden. Schwefelsäure, genau nur in diese zwei Städte. Wie kann man das jetzt erklären? Die Bibel hat recht, vom Himmel kam ein Feuer. So ein heißes Glut. Die haben ganz viel gesagt, es war so ein heißes Glut, dass die Menschen verbrannten. Nur diese zwei Städte, nicht in der Mitte, nicht irgendwo in Osten, Süden, Westen, nein, genau in diese zwei Städte, was die Bibel sagt. Die Stadt Nineveh im Jahr 2006 hat man gefunden. Damals haben die auch gelacht, ach, Nineveh ist doch ein Märchen mit Jonah und Pi, Pa, Po. Ja, jetzt sind die still. Die Stadt Nineveh war in Mosul, in Irak hat man gefunden. Das heißt, die Bibel verschweigt nichts. Aber gehst du im Koran, um seine Existenz zu beweisen, die reinste Katastrophe. Entschuldige, Elia, ich wollte noch dazu. Nee, alles gut. Der Weg, wo Mose durchs Wasser gegangen ist, dieser Graben ist ja auch gefunden worden. Korrekt, korrekt. Da hat man unter Wasser Fossilien gefunden, von Pferde, Schwerter, hat man alles gefunden. Das heißt, die Bibel war zuerst da. Die Bibel war zuerst da. So, und die viele Wissenschaftler, die machen sich ja jetzt nicht mehr, aber die sagen ja, die Dinosaurier. Die Dinosaurier werden auch in Hiob auch erwähnt. Das ist es ja. Hiob erwähnt ein Dinosaurier. So, und jetzt sagen sie, ja, das ist von Millionen Jahre her. Okay, warte mal bitte kurz. Wie ist die Existenz von Dinosauriern ausgelöscht worden? Die meisten Schulbücher seien ja durch ein Meteorit. Okay. Gib mir mal bitte einen Toten. So, es gibt ja Tote, die wollen verbrannt werden. Korrekt? Ja. So, wenn du einen Toten verbrennst, kann das noch eine Fossilie entstehen? Nein, natürlich nicht. Sondern es ist eine Asche. Es ist weg. Existiert nicht mehr. Es ist Asche, es ist weg vom Fenster. Es ist weg. Ja? Aber wie sieht es mit einem Flut aus? Mit einem Fossilie? Was ist da? Eine Fossilie sind Sachen, was die heutigen Wissenschaftler immer noch finden. Dinosaurierknochen. Warum findet man Fossilien, wenn sie angeblich durch Feuer verbrannt worden sind? Nein. Die Bibel hat recht. Noah existierte. Noah hat ganz klar gesagt, durch eine Sintflut. Und die Wissenschaftler finden immer mehr durch die ganze Schicht der Erde, dass da viele, viele Eisschichten waren. Dass die Dinosaurier fossile im Knochen gefunden wurden, kann nur durch ein Wasser existieren. Und auch auf den Bergen, kollektiv. Nicht durch ein Feuer. Durch ein Feuer, wenn du ein Feuer etwas verbrennst, es löscht aus. Feuer ist zunichte, weg. Aber wenn durch Wasser hunderte, 200 Jahre findet man Schwerter noch. Es gibt zum Beispiel Wikinger, habe ich mir in Doku angeschaut, die finden zum Beispiel teilweise von Wikinger-Schwertern, die ins Fluss gefallen sind, die vereist sind. Also es sind alles so gewisse Fossilien. Ja, aber Feuer löscht aus. Es ist nicht mehr da. Ja, also deswegen, also die Wissenschaft, nicht alles, aber die meisten sind gegen die Bibel. Und das wollen die nicht in Schulen einstrichtern, dass durch eine Sinnflut die Dinosaurier zum Beispiel nicht mehr existierten. Oder die Sahara-Wüste hat man auch herausgefunden. Weil die sagen ja, Millionen von Jahren, Trilliarden von Jahren sagen, okay, wenn die Erde Trilliarden, Millionen Jahre alt ist, warum sagen die Wissenschaftler, dass die Sahara-Wüste 7000 Jahre alt ist? Das kann nicht sein, dass alles andere Millionen Jahre außer die Wüste nur 600, 700 Jahre alt ist. Deswegen, es ist alles, was die Bibel sagt, hat Hand und Fuß, aber die Menschen wollen nicht auf Gott hören. Ja, da ist es so. Die Menschen lieben die Pfingsten mehr als das Licht. Genau, genau. Ja. Und wir leben in eine Zeit, was immer gottloser wird. Allein auf TikTok, die Menschen, die Frauen, wie sie sich anziehen, 13, 12-Jährige, die Liebe wird erkaltet, die Politik ist auf dem Boden, die Menschen stiften Unruhe gegeneinander. Es fängt alles an, wie der Jesus Christus gesagt hat. Und die Bibel sagt, eine Nation wird sich gegen eine Nation erheben. So was gab es nicht in der Geschichte. Eine Nation gegen eine Nation hat Jesus, das ist Weltkrieg. Eine Nation gegen eine Nation, Völker gegen Völker, das ist Weltkrieg. Ja, wir haben den Zweiten erlebt, wir haben den Ersten erlebt und ich denke, wenn der Dritte kommen wird, denke ich, dass der Herr kommen wird. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Manche sagen, nach der Drangsel, aber ich glaube, wenn, der Mittelpunkt ist Jerusalem, ist Israel, ganz klar. Ganz klarer Fall. Es wird, dass Israel geschaffen wird, ja, so sagt das die Bibel, aber am Ende wird der Herr kommen. Es fängt, es fängt nicht mit Russland an, es fängt nicht mit Ukraine an, es fängt mit Israel an. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Israel wird geschlagen werden, so wird das aussehen, dass die Völker jubeln werden, dass die Feinde drumherum kommen werden, aus jeder Ecke, der Feind aus dem tiefsten Norden mit einem Bär, ist ja rasch, rasch wird zum Beispiel in Ezekiel erwähnt, das ist Russland. Also, und Russland hat was gegen Israel. Die spielen nicht mit Israel und Russland gehen nicht Hand in Hand. Israel ist eher mit dem USA. Und guck mal, wie die Bibel das sagt. Der, aus dem Westen wird der Frieden kommen mit Israel, aber aus dem tiefsten Norden, aus dem Osten. Zwischen Norden, Norden und Osten sind die Feinde. Und was ist Westen? Westen ist USA. Norden ist Russland, China, Nordkorea. Die mögen Israel nicht. Das fängt alles so an, wie die Bibel das sagt. Und was können wir dann machen? Wir können nichts machen. Wir können nur beten und versuchen, uns selber in der Heiligung zu führen, wie der Herr gesagt hat. und uns gegeneinander zu erbauen. Weil eines Tages ist es zu spät. Weil ich wünsche mir niemals, deswegen sage ich immer wieder, wir müssen unser Leben vor dem Herrn prüfen. Immer wieder aufs Neue. Wir dürfen das nicht in leichtfertig nehmen, um zu sagen, okay, wir glauben an Jesus, natürlich, wir haben die Gnade, wir glauben an Jesus, wir sind errettet, klar, aber jeder soll sich selbst prüfen. Deswegen sagte Jesus, wachet und betet. Und diese Welt ist voller Versuchung. Die Welt ist doch überall, in jeder Ecke, im Internet, vor allem, in jeder Ecke ist irgendwo eine Versuchung, was sich immer vom Herrn wegführt. Aber merkt euch eins, niemand reißt dich aus deiner Hand von dem Herrn, von dem lebendigen Gott. Es gibt niemanden, der dich aus der Hand reißen, es sei denn, du klammerst dich in eine Sünde, und die Sünde fängt klein an. Es fängt süß an, aber am Ende ist es bitter. Die Sünde kommt immer klein. Dann wird es größer, größer, größer und der Schaden ist groß. Der Fleck ist groß. Aber man muss beten. Wir müssen beten, wir müssen wachsam werden, wir brauchen Gemeinschaft. Ein einziger Christ in dieser Welt wird das nicht überstehen. Wer jemand behauptet, er braucht die Gemeinde nicht, er braucht keine Erbauung mit Geschwistern, der macht Gott zu Lügner. Denn Jesus hat ganz klar gesagt, bleibt in der Gemeinschaft. Liebt euch untereinander. Das ist Gemeinde. Gemeinde existiert nicht durch Gebäude, was schön aussieht. Gemeinde existiert, wo zwei, wo zwei, drei, vier zusammenkommen, das ist eine Gemeinde. Aber wie die meisten eine Gemeinde gemacht haben, es fängt ja schon an mit diesen Disco-Lichtern. Die haben die Gemeinde nicht verstanden. Christen versündigen sich sehr hart, aber die merken es nicht mal. Vor allem die Jugendlichen werden krass verführt. Die benutzen Gott wie ein pragmatisch. Gott ist nicht pragmatisch, dass man sagt, ich benutze alle Mittel, damit er zum Glauben findet. Nein. So ist nicht Gott. Das ist falsch. Beispielsweise. Es gibt zum Beispiel, will ich nicht verurteilen, aber es gibt einige, die gehen in Disco, ziehen sich als wie, trinken mit und machen alles mit und dann erzählen sie das was von Jesus und so weiter. Gott ist nicht so. Gott braucht das nicht. Du musst klares Evangelium verkündigen. Klares Evangelium. Ja. Natürlich sollen wir uns anpassen, wenn wir in einer, so wie Paulus, und die haben Paulus falsch verstanden. Die sagen, ja, aber guck mal, Paulus hat sich doch auch immer angepasst. Nein. Paulus hat nicht mit denen Götzendienst gefeiert oder hat sich mit denen, war mit denen im Götzentempel und hat das gefeiert. Das tat er nicht. Sondern er hat zum Beispiel, was hat er gemacht? Weißt du, Beispiel, Grieche bin ich ein, Grieche, Jude bin ich ein Jude. Beispiel, die Muslime verstehen das alles falsch. In der Apostelgeschichte, du siehst so, was er damit meint. Er hat zum Beispiel nicht die Griechen verurteilt. Er hat sogar deren Stellen zitiert. Einen Philosophen. Ja. Er hat sie zitiert, damit er keine Unruhe stiftet. Hat quasi nicht versucht, die, ja, du musst jetzt so und so. Nein, nein. Er war ganz ruhig, hat sich mit denen unterhalten, aber er hat mit denen nicht keinen Götzendienst oder sonst was gefeiert. Das tat er nicht. Ja. Und deswegen, Klares Evangelium ist heute zu Tage selten. Es gibt vielleicht ein paar Leute, wo ich sagen kann, okay, das ist gut, aber Klares Evangelium, wo du sagst, nehme dein Kreuz auf dich, denn Gott braucht kein Fernsehen. Ja. Wie zum Beispiel T-Shirt. Ja, ich folge Jesus. Das braucht Gott nicht. Gott braucht dein Herz. Wenn du vom Herzen aus Jesus folgst, dann strahlt es vom Außen aus. Nicht vom Außen. Vom Außen ist jeder ein Nachfolger. Vom Außen, Jesus braucht keine Fans. Jesus braucht tatsächlich Nachfolger. Jeder schreit in der Gemeinde, dies, das. Das ist alles schön und gut. Das sage ich nichts. Aber jeder soll sich selbst prüfen. Lobpreis. Ja. Was dann gesungen wird. Und man ist nicht bereit, das zu tun, was du singst, dann ist das Gebet heuchlerisch. Guck mal, Paolo sagt zum Beispiel, Sterben ist mein Gewinn. Können wir das jetzt sagen? Ich denke, ich momentan es nicht. Ich will noch leben. Man muss immer ehrlich zu sich selber sein. Es ist mit dem Herrn Jesus kein Spaß. Alles, was man im Gebet sagt, was man im Lobpreis sagt, muss man ernst meinen. Muss man wirklich ernst meinen. Das ist kein Disco oder sonst was, dass die Leute rumspringen, wie sie wollen. David zum Beispiel hat für den Herrn getanzt und so weiter. Aber was meint David damit? Er hat die 75 Prozent der Psalmen im Gebet gerungen, damit er Gnade an ihn erweist. Er meint das völlig ernst. Paulus meint das völlig ernst, wenn er sagt, Sterben ist mein Gewinn. Und er starb auch durch eine Hinrichtung. Die meinen das vollkommen ernst. Aber auch wir brauchen noch Schulung. Die Jünger haben drei Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Jesus Christus eigentlich meint. Die haben häufig nicht Sachen verstanden. Aber, als der Heilige Geist kam in der Apostelgeschichte, sehen wir in der Apostelgeschichte, 10, als Petrus dann verstanden hat, aha, Cornelius, der Herr kam auch für die Heiden. Mit diesen, als der Tuch herabgefallen ist, gab es ja unreine Tiere. Und Petrus sagt, Herr, ich bin doch, ich bin ein Jude, ich hätte doch kein unreines Tier. Das meinte Gott gar nicht. Das meinte er auf Cornelius. Die Heiden waren vor Gott Heiden. Jesus kam auch für die Heiden. Und dann hat er das verstanden. Und dann sagt er das Petrus, ich habe erlebt, wie der Heilige Geist auf einem Heiden herabfiel. Apostelgeschichte. Hat er das doch mal gesagt. So, und die Apostel, natürlich, jetzt sagt man, ja, aber die haben doch Jesus gesehen, die haben doch mit ihm gegessen, die hatten doch Leichte gehabt. das Gegenteil. Eben nicht. Die hatten sogar noch schwieriger als wir gehabt. Die wurden in Gefangenschaft. Die wurden misshandelt. Stell dir mal vor, jemand schlägt dich mit 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 einer Stange und er sagt, verleugne den Herrn. Die haben das lebendig erfahren. Ja, das heißt, natürlich, die haben ihre Schulung gehabt, der Herr hat sie begleitet, alles, aber der Herr begleitet uns auch. Auch wenn wir, Jesus sagte, selig ist die Nieschen und doch Glauben. Guck mal, wie schön das ist, als er gesagt hat, freut euch, dass ihr mich sieht. Andere werden sich freuen, um mich zu sehen. Das ist, das sind wir gemeint. Wir sehen jetzt Jesus nicht, weil er unsichtbar ist. Er ist im Himmel. Aber wir sehen ihn durch unserem Herz, wenn wir in Gebet gehen und wirklich ernst meinen, sehen wir den. Auch wenn wir den nicht sehen, sehen wir ihn im Herzen. Er vollbringt Wunder. Auch wenn wir das nicht sehen, aber jedes kleine Wunder im Gebet mit ihm ist ein Geschenk und es ist ein Wunder. Dass wir Verbindung zum Gott haben, ist das größte Geschenk. Ja. Amen, Bruder. Ja, ja. Elia, du hast heute meinen nicht so gelungenen Tag in einer Gemeinde. Hast du mir heute verschönert, den Abend? Ja. Ich danke dir, danke dir vielmals. Bruder, dank dem Herrn. Dank mir dem Herrn, Bruder. Ich bin genauso wie du. Ich falle sehr oft. Ich bin ein unnütziger Knecht. Wir sind alle, wir sind alle Sünder, Bruder. Wir brauchen immer mehr vom Herrn, Bruder. Immer mehr. Bei mir ist es manchmal zu wenig, Bruder. Ich brauche viel mehr dem Herrn, Bruder. Ich hatte ja, wir hatten ja ganz am Anfang das Thema mit TikTok und so, aber guck mal, jetzt habe ich wieder so schöne Worte vom Bruder Elia gehört und das wäre ohne diese Plattform wahrscheinlich gar nicht möglich. Und ja. Ja. Deswegen, ich habe dir wirklich gerne zugehört. Es war sehr, sehr schön, was du alles auch geschichtlich nimmst. Einen schönen Abschluss. Eine Sache wollte ich noch sagen und vertraut mir. So wie der Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen, da ist nicht nur der Teufel der Schuldige. Der Teufel benutzt unser Fleisch, ganz klar. Er kennt unsere Schwäche. Wir sind Sünder. Wir sind immer noch Sünder durch Adams Sünde. Wir sind perfekt. Ja. Unser Kampf ist nicht aus Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen die Dämonen. Aber der Teufel benutzt unser Fleisch. Und wie stark sind doch unsere Verlangen unser Fleisch gegenüber dem Geist. Ein Christ, der kämpft, hat seinen Kampf am Ende vollendet. Wir müssen im Kampf bleiben. Wir müssen immer im Training sein. Ich sage dir, Gebet ist Training. Viele unterschätzen das. Man sagt, morgens beten, abends beten, mit Frau beten. Guck mal, ich bin verheiratet. Ja. Manchmal muss meine Frau mich einfach und ich bin Gott dankbar dafür. Meine Tochter ist sechs und sie betet. Ich lese die Bibel. Ja. Manchmal bin ich so voll, dass ich einfach liege. Ja. Und meine Frau macht das. Das heißt, Gott schenkt dir eine Frau, aber auch du musst aufpassen, du musst die Frau wollen, es muss dein Typ sein, es muss passen, Gott hat uns das auch gelassen, aber eine Frau, die eine Gehilfin ist. Eine Gehilfin. Nicht eine, die auf TikTok 24 Stunden ist, die auf Disco geht oder im Internet. Nein, 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 ein Christ braucht eine Gehilfe. Und das ist ein Geschenk, wenn ein Christ eine Gehilfe hat, ist ein Riesengeschenk. Und wir sind das Haupt. Gott, wir haben die große Verantwortung für unsere Frauen und Kinder, ganz große Verantwortung. und häufig sage ich immer wieder, der beste Charakter kennt deine Frau. Die kennt dich am besten. Unter vier Wänden, da kannst du nicht rumheucheln, die kennt dich am besten. Und Gemeinde ist mit deiner Frau und mit deinem Kind auch zu Hause. Wir haben sehr viele Kämpfe, da soll einer mal bitte sagen, das Christentum, die Gebote sind gleich vom Herrn. Nee, im Leben nicht. Wer das sagt, der kennt Jesus nicht. Bei uns ist das nicht so, dass man vier Frauen haben darf. Das gibt es bei uns nicht. Gott sagt, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, begehst du schon Ehebruch im Herzen. Und unsere Gedanken, egal ob du verheiratet bist oder nicht, vertraut mir, der Mann hat ein verdorbenes Fleisch. Seine Gedanken schweifen mal hier und mal da. Die Frau genauso. Aber Frauen sind halt anders, die sagen das nicht so offen. Aber wir sollen darauf Acht nehmen, dass die Gedanken nicht im Herzen gelangen. Weil dann ist Sünde. Ehebruch deswegen sagt Jesus, wenn du sie begehrst, hast du Ehe, also die im Herzen Ehebruch begangen, im Herzen drin. Das ist schon Sünde. Und dann kommt auch das Akt. Der Akt ist, wenn du einen Geschlechtsverkehr hast. Im Herzen ist schon Sünde, dann hast du einen Akt gemacht, zack, Ehe gebrochen. Bist du ein Ehebrecher. Das fängt schon im Herzen an, aber wenn das im Herzen ist, was sagt Jesus Christus? Da wo der Herz ist, da ist auch dein Schatz. Dann hast du schon Ehebruch begangen, du wirst mit dieser Frau schlafen. Deswegen sage ich immer wieder, als Christ, sagen ja, wir leben durch die Gnade, aber die Sünde kennt keine Grenzen, also setzt dir eine Grenze, um das nicht zu tun. Wenn du eine Sünde verführt, dann geh diese Sünde nicht nach, du musst die Sünde verleugnen, du musst sterben. Was ist der Sinn der Taufe? Die Taufe sind wir in dem Herrn gestorben. Das heißt, die Sünde musst du verleugnen. Und unser Fleisch ist so schlau, der ist der Beste, der im Ausreden ist, ist unser Fleisch. Bibel lesen. Ach, komm, ich mach später. Unser Fleisch ist so programmiert, dass er gegen Gott ist. Ist automatisch. Und das ist der Kampf. Und deswegen sagt Jesus Christus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir nicht Jesus hätten, wir wären alle dran. Wir wären Ehebrecher, jeder zweite hat die Ehe gebrochen. Wir wären Lügner, wir wären Heuchler, ohne Jesus keine Chance. Niemals. Keine einzige Chance. Du gehst verloren, durch und durch. Aber die Sünde nicht tun, als Christ, auch nicht als Ehebrecher, weil Jesus Christus gekreuzig ist, ja, ach David, nein, nein, denk nicht seine Denkweise. Es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk sollst du für wertvolle achten. Immer wieder beten, wir sollen beten, wir sollen in der Gemeinde gehen. Und der Herr zum Beispiel versteht auch unsere Anliegen, wenn wir Debatten zum Beispiel machen mit Muslimen. Es ist nicht jedermann Sache, aber es muss eine Gabe sein. Der Herr versteht unsere Wut. Und ich sage euch, das ist keine Sünde, wenn du mit Muslimen manchmal, die den Herrn verleugnen oder spotten, und wenn du auch wütend bist, er ist nicht sauer. Und viele Christen verstehen, ja, warum bist du so hart oder vita Loka oder Nein, nein, das ist keine Sünde. Der Herr versteht das. Wut für den Herrn zu haben, ist was Schönes. Wut für eine Sünde zu haben, weil du nicht Millionär bist, oder weil du nicht diese zweite Frau geheiratet hast, oder weil du irgendwas anderes, das ist Sünde. Aber Wut für den Herrn, wie viele Propheten gab es, die wütend waren für den Herrn. Wut ist, wenn du eine Person liebst, aber wir sollen auf unsere Worte achten. Klar, wir dürfen nicht beleidigen, das ist eine Sünde, aber wenn wir sagen, dass ihr Steinküßer seid, komm, geh mal raus, der Herr versteht das, weil wir die Wahrheit sagen. Paulus war auch wütend, als er geschlagen worden ist. Und was diesen Menschen, Jesus, hat 24 Mal in Matthäus Evangelium, 24 Mal die Pharisäer als Heuchler betitelt. 24 Mal. Ich habe das mal zusammengesetzt. Es war wirklich 24 Mal. In einem Kapitel. Und er sagte zu den Juden, ihr habt den Teufel als Vater. Es ist die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir die Quellen benennen, dann darf man nicht schweigen. Shalom, Judy. Shalom, Shalom. Deswegen, die Brüder, Geschwister müssen verstehen, nicht jeder sollte auf TikTok Leder spielen. Ich merke das immer wieder, viele Christennamen machen große Fehler, die ein paar Monate im Glauben sind und sofort debattieren. Nein, prüfe, ist das deine Gabe überhaupt? Möchte das Herr, dass du hier Debatten führst oder sonst was? Gabe ist ein Geschenk. Gabe ist nicht, dass du sagst, ich möchte das, der Herr hat vielleicht eine andere Gabe für dich, das wissen wir nicht. Die Gabe stellst du erst später nach hinein, wenn du betest. Also ich habe jahrelang gebraucht, um zu wissen, was will der Herr von mir, bis ich so verstanden habe, okay, ich soll in diese Richtung gehen. Aber ich merke, wenn ich zu viel über Islam rede, merke ich, dass mich das nicht erbaut und da muss ich einen Cut machen. Aber deswegen sage ich immer wieder, jeder soll sich prüfen. Guten Abend was fragen, Bruder. Frage noch? Jetzt gerade auf TikTok wird doch oft gesagt, zu Muslimen gerade, ein schöner Satz von Wieder Locker, verlasst den Islam und rettet eure Seele. Wenn jetzt ein Moslem verheiratet ist, seine Frau Muslime ist und seine Kinder auch und er verlässt den Islam und wird zu Christ was ist denn mit seinen Kindern und seiner Frau kann du beantworten. Also in der Bibel steht ja im Korinther Brief, das müsste glaube ich Korinther 7 sein, dass man sich von dieser Frau nicht scheiden soll. Wenn du mit dir schon verheiratet bist, soll sie mit ihr zusammen bleiben. Deine Kinder sind geheiligt durch dich, aber wenn die Frau dich verlässt wegen dein Glauben, dann haben die Brüder sich nicht einzumischen, dann soll sie gehen in Frieden. Aber du als Christ sollst sie nicht verlassen. Du sollst dich um deine Kinder kümmern und auch um diese Frau wenn du schon verheiratet bist, wenn du aber nicht verheiratet bist und lebst in einer Ehe, wo du nicht verheiratet bist und lebst in einer Unzucht, dann musst du in eine andere Wohnung gehen und diese Frau, die nicht im Glauben ist, muss sagen, pass auf, ich bin Christ, ich darf keine Ungläubige heiraten, aber ich verheiratet bist, darfst du nicht verlassen, du als Christ darfst du nicht verlassen, aber wenn sie dich verlässt, dann soll sie gehen. Wie ist man als Christ verheiratet? Als Christ bist du verheiratet vor zwei Zeugen in der Gemeinde und vor der Oblichkeit von dem Staat. Und das war auch im Alben Testament so. Das gab zwei Priester, dann hat man quasi ein Richter ein Schreiben gegeben, dass jeder sieht, du bist verheiratet. Das war im Alben Testament so. Deswegen hat Jesus Christus gesagt, mit dem Scheidungsbrief. Das heißt, in Deutschland gilt eine Ehe, wenn du standesamtlich verheiratet bist, aber als Christ solltest du in der Gemeinde und vor der Obrigkeit bekennen, hier bin ich verheiratet. Dann bekommst du deine Urkunde und und so weiter. Ja, einem Moslem hat hier islamisch geheiratet, nicht christlich jetzt. Gilt es trotzdem als ihr? Islamisch gesehen bist du gar nichts mehr verheiratet, wenn du nicht einmal bettest. Wenn beide Muslime sind, 90% 99% 95% der Ehe im Islam ist ungültig. Wenn der Mann nicht bett ist die Ehe ungültig. Aber er meint das nicht so Bruder jetzt er meint das glaube ich. wenn er Christ wird, wenn der Mann Christ wird, dann ist die Islamische Ehe ungültig. Und wenn du verheiratet bist, oder die Tachut hier machen auch Standesamt, oder auch für den Schutz der Frau sagen sie dann. Also wenn du als Moslem bist und du bist Christ ist diese Ehe laut islamische Scharia annulliert. Weil eine eine Muslima darf kein Muslim mich interessiert die islamische Hinsicht interessiert nicht. Ich möchte das von christlicher Sicht sehen. Das will ich wissen. Judy, habe das gesagt, warum? hast vorher was gefragt. Eigentlich ist es so, wenn der Mann Muslim war und dann wird Christ und die Frau ist Muslim ist eigentlich die Ehe so ungültig. Außer man ist ja bestandes verheiratet. Und du hast ja noch die Zeit zurück zu kehren. Aber wenn der Mann Christ ist und er lässt sich taufen und alles drum dann darf er mit der Frau zusammen bleiben wenn sie das akzeptiert. Und viele Muslime akzeptieren das auch. Obwohl man akzeptiert das auch. Gude Herz dürfen die Aber wenn man Christ ist und du darfst mit deiner Frau zusammen bleiben wenn sie das akzeptiert zum Beispiel wenn die Frau Muslim ist wenn sie sagt das ist okay dann bleibst verheiratet meistens und am besten ist wenn sie auch Islam verlässt Die nächste Frage ist was er meint aber Bruder Herz Er wird zum Beispiel Christ aber hat nicht standesamtlich geheiratet Die Frau ist Muslim akzeptiert das und er fragt ob das trotzdem noch vor Gott diese Ehe gilt Aha schau mal ich vertrete was in die wie soll ich sagen im Neuen Testament steht geschrieben dass wir uns an die Demokratie halten müssen an der Oberhaupt genau Oberhaupt die Obrigkeit Obrigkeit genau und für mich gibt das auch das Vor Gott heiraten oder alles in dem Sinn normalerweise so in der Kirche oder wie auch immer oder und die Bibel steht immer wieder dass man seine Frau erkennt oder dass Jesus in einer Heirats Party war so zu sagen in Anführungszeichen wo er seine erste Wunde gemacht hat und ja man musste schon standesamt heiraten oder und dann dann in Kirche aber also die große Frage was wir hier diskutieren könnten jetzt die ist wie heiratet oder wann ist man verheiratet vor Gott weißt weil normalerweise musst du standesamt heiraten und das ist schon ein schwieriges thema glaube mir genau genau also ich meine so innerlich christlich sage so wenn ich mit ich weiß nicht wie der brüder also ich sag mal so guck mal es ist eigentlich ich kann dir das biblisch erklären ja okay sagen wir mal so du bist jetzt deine frau ist muslima du bist christ und gilt die ehe jetzt vor gott laut christlicher sicht noch weil du ja nicht standesamtlich geheiratet hast korrekt ja lass mal von dieser hinsicht gehen ja okay also es ist wichtig zu wissen äh hast du mit dieser frau kinder hallo oder ja hast du kinder mit der frau irgendjemand muss ich stimmen ich höre mich doppelt oder ist das nur bei mir sogar ist es nur bei dir ich gebe ich auf deine frage ja ich gehe kurz raus ich komme nochmal hoch okay alles klar ich nutze mal die gelegenheit mich kurz zu verabschieden brüder ich wünsche euch gottes segen elia danke nochmal das war super super schöner vortrag kein problem bruder danke den Herrn und ich bete jetzt gleich für euch alle möge der friede segen des herrn mit euch sein gute nacht gute nacht mein bruder gottes segne dich und deine familie pass auf dich auf genau auf die nächste frage die der bruder hier gestellt hat wenn man nur standesamtlich geheiratet muss man dann noch kirchlich heiraten also man sollte schon in eine gemeinde den segen bekommen aber wenn du standesamtlich geheiratet das ist das schon von gott gebunden also die ehe ist auf jeden Fall gültig die ist jetzt nicht ungültig also ist definitiv gültig definitiv ja aber man sollte sich schon segnen ja sollte man so kenne ich so sollte der ablauf normalerweise sein kirchlich danach geht man zum standesamt aber wenn du sagst achso Entschuldigung du bist eine Frau Entschuldigung also wenn du standesamtlich geheiratet hast ist definitiv von gott gültig die ist auf dem verbindend und eine Ehe ist vor gott ein heiligtum ist ein hohes gebot es ist kein spaß deswegen sagt man prüft sich wer sich ewig bindet vor gott ist die ehe ein fleisch da gibt es kein zweifleisch vor gott ist eine fleisch gott hat die ehe gestiftet ja bei adam und eva er hat die ehe gestiftet und gott möchte auch dass man heiratet ja es sei dem so wie jesus christus sagt nein ich möchte für das reich gottes quasi nur leben also nur keine ehe dann hat er auch die gabe bekommen nicht ins fleisch zu fallen es gibt solche menschen die nicht heiraten wollen weil sie diese gabe haben die können auch so ohne so leben das ist von gott dann auch gegeben aber jemand der gelüste hat der gerne sexuell verkehr haben möchte der familie er soll heiraten wenn man es nicht aushalten und sich nicht gegen gott wettern und sagen ja aber ich möchte alleine bleiben aber du hast verlangen nach einer frau das ist nicht richtig eine frage wegen dem verlangen ist das nicht eine schlechte basis nur wegen sexuellen verlangen zu heiraten nein 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 es ist keine schlechte basis es ist nur gott hat die sexuelle verkehr auch gegeben es ist nur verkehrt dass du die sexuelle verkehrt zu machen das ist falsch aber gott hat dir diesen verlangen gegeben das ist von gott sex ist von gott gegeben aber sex nicht zu missbrauchen ja aber wenn zum soziale gar nicht so nötig ist viele heiraten ja auch um zweisamkeit zu haben sex ist ja nicht immer die hauptsache aber wenn nein das nicht das problem man heiratet diese person liebt ja ja klar eigentlich das heißt in der bibel wenn man nicht aushalten kann wenn das verlangen zu groß ist soll heiraten aber wenn alles andere eigentlich in ordnung ist ich komme alleine gut zurecht etc aber nur das verlangen ist da als ich weltlich war ich war froh dass ich single bin wenn ich verlangen habe gehe ich raus such mir was oder sonst was und hat Spaß ist eine Sünde ich weiß als ich weltlich war aber ich lebe ja anders jetzt ich komme gut alleine zurecht gut dann ist es ja aber ich muss das anders machen wenn ich jetzt überlege soll ich jetzt heiraten weil ich meine sexuellen befriedigung also guck mal ich sehe bei dir zwei du tanzt gerade auf zwei stühlen ja du möchtest gerne alleine sein aber du möchtest auch gerne diesen verlangen haben dein fleisch nein ich will das so aber ich wollte nur fragen ob das der einzige grund ist weil bei meinem vater ist ähnlich deswegen der hat auch der ist christ aber der ist geschieden nochmal geschieden weil der ist ziemlich oberflächlich die frau hatte probleme immer zur verfügung zu stehen sozusagen weil in der bibel steht ja die frau soll ja auch zur fügung stehen sozusagen ja aber nicht auf diese art und weise ich weiß er will verbietet er bietet nicht das was erlaubt hat und zahlt auch den lohn für sein vergnügen naja guck mal bei uns in der bibel guck mal gott gott hat den sexuelle verkehr gegeben gott sagt geht hin und vermehrt durch sagt dazu adam und eva so das ist gegeben aber im rahmen der ehe wenn man außerhalb geht ist es eine sünde so und warum haben viele menschen probleme mit sexuell sachen ich sag euch eins das ist kein spaß guck mal jemand der nicht im rahmen einer ehe sex hat zum beispiel der hat diese frau dann hat er die nächste frau dann wird er süchtig dann nimmt er diese dann nimmt er diese dann nimmt er diese am ende des tages sind solche menschen stark tiefer gesunken dass sie aus dieser sucht nicht mehr rauskommen das heißt alles was der fleisch verlangt ich will euch nur eine sache erzählen guck mal der fleisch ist so programmiert du hast die hübscheste frau du bist mit ihr verheiratet du liebst sie der fleisch aber denkt okay es ist langweilig geworden ich möchte gerne in die nächste kiste warum gibt es ehe scheidung weil sie sofort eine hübsche sehen und sagen boah die ist die hübsche ich lerne sie mal kennen da fängt klein an und dann weiß man dass es schlecht ist aber die lassen sich darauf ein und dann hat Ehebruch begangen so fängt die Ehebruch an jede zweite Ehe geht kaputt und leider auch unter den Christen das kenne ich aber warum ja aber ganz einfach das ist nicht unbedingt wenn man eine andere Frau will es gibt es auch Männer aus Gesprächen ich kenne das die wollen mehr als die Frau als die Frau die Frau hat nicht immer Lust deswegen gucken manche Männer nicht ich kenne auch durch Gespräche aus weltlichen Beziehungen wo auch Beziehungen kaputt gehen weil die Frau keine Lust mehr hat zum Beispiel die gucken sich dann woanders um ja genau aber das ist keine Entschuldigung Ehebruch zu machen und Gott hasst Ehescheidung dafür gibt es keine Entschuldigung aber keine Hemmungen Entschuldigung ganz kurz ich will dir nur eine Sache erzählen oder ich kenne diese und ich kenne auch dass viele mir geschrieben haben ich habe Probleme mit meiner Frau jede zweite hat eheprobleme jede zweite ja also ausnahmslos Christen wie ist das aber ich sage immer wieder wie ist dein gebetsleben wandelst im geist und die meisten wandeln nicht im herz das ist so ja und es ist Gott sagt ganz klar prüfe wer sich ewig bindet du hast dich mit dieser Person entschieden du hast mit ihr geschlafen also du hast die Verantwortung Frau und Mann sollten zusammen aber jetzt kommt es ein Mann ist der Oberhaupt wenn ein Mann seine Frau schlägt kümmert sich nicht um die Kinder trinkt Alkohol was macht man dann dann sage ich immer wieder wenn er sich nicht verbessern möchte dann sollst du von diesem Mann Abstand halten um deine Kinder Schutz zu gewähren Kinder zu schlagen und nicht im Gebet zu gehen dies das trenn dich für eine Zeit und bitte für diesen Mann einfach nicht keine Scheidung sondern einfach Abstand halten solange bis der Mann sich verbessert wenn er dann weiter nicht hört gib ihm Gott ab ist ist die Ehe aber gebrochen weil der Mann Ehebruch begangen hat dann ist der Akt der Ehe so sehe ich das anhand der Bibel geschlossen gebrochen der Akt ist gebrochen er hat Ehebruch begangen so dann heiratet man eine nächste dann lässt man sie scheiden dann geht man in die nächste Scheidung dann geht man in die Nächste das ist kein geistliches Leben was die Bibel sagt betet im Geist damit ihr die Sünde überwindet die Bibel sagt das nicht umsonst die Bibel kennt unsere Schwäche und Gott gibt dir nicht eine Versuchung was du nicht überstehen kannst wir müssen im Geist wandeln alles andere wenn wir das nicht tun werden wir alle fallen ausnahmslos der Bruder der eigentlich die frage gestellt hat ist jetzt raus gegangen warum das thema war jetzt wegen ihm eigentlich kommt schon wieder ja deswegen leute ich auch ich bin auch nicht perfekt ich sage ich eins ich bin geschäftlich war ich letztend sehr viel unterwegs ich war im hotel war mit ungläubige habe ein bisschen sport gemacht aber ich wollte nach hause zu meiner frau und da freue ich mich wenn ich weiß endlich zu hause zu meiner frau das ist ein schönes gefühl und das wünsche ich wirklich jedem man dass er weiß er hat eine frau zu hause ist auf eine reise und er freut sich bei seiner frau zu sein bei seinem kind zu sein es gibt es gibt es nicht respekt bei deiner tochter und bei deiner frau zu sein gottesreichen segne euch ich habe auch eine frage dazu ich weiß nicht bist du gut der wo schon immer da war es ist nicht judy okay aber auf jeden fall habe ich auch eine frage halt wenn die frau zum beispiel einen betrogen hat und man hat es vergeben also weil sie hat sie sich zu jesus bekehrt und was jesus vergeben hat das kann ich ja nicht als mensch sagen hey nein ich vergebe die nicht weil jesus hat ihr vergeben also wir sollen nicht die vergangenheit zurückholen oder aber die Vergangenheit die gehört ja dem satan richtig ja richtig ja und ich will einfach nur wissen halt wie soll man sich dann verhalten weil irgendwelche situationen ergeben wieder die Vergangenheit und ich habe gesagt lassen wir die Vergangenheit ich habe dir vergeben weil jesus dir vergeben hat deswegen bin ich nicht im recht zu sagen nein ich vergebe dir nicht weil ich liebe meine Frau über alles ja ja das ist halt einmal passiert und fertig halt ja und ich habe ihr vergeben weil ich sie über alles liebe und ja das ist auf jeden Fall richtig also die also jesus hat ja gesagt ja bei ehebruch wenn es sei dem die vergibt man vergibt sich einander und man kommt wieder zusammen und dann ist ganz wichtig was jesus dann weiter sagt ja bruder wir waren nie auseinander nicht dass du mich falsch verstehst ach so okay aber nein guck mal ich möchte nur eine sache sagen also deine frau hat ehebruch damals gemacht so damals ja okay du hast sie vergeben ja richtig weil jesus dir vergeben hat weil ich weiß jesus hat dir vergeben okay das ist alles gut du hast du hast sie vergeben jetzt ist ganz wichtig was ich dir jetzt sage als jesus die eheblecherin vergeben hat was hat jesus am ende zu ihr noch gesagt hat gesagt hat man dich angeklagt nein so werde ich dich auch nicht anklagen nein nein der letzte satz war das nicht korrekt das hat er gesagt korrekt das heißt wenn deine frau ich gott bewahre wenn sie nochmal das tut und du sagst dann hast du das recht zu gehen du kannst ihr vergeben aber du musst nicht mehr mit ihr zusammen bleiben nur damit du bescheid weißt das heißt vergeben viele sagen vergeben heißt auch vergessen also die akt ist gebrochen also du musst offiziell nicht mehr mit dieser person zusammenbleiben wenn sie das nochmal tut ja also jesus hatte gesagt ich glaube ich weiß nicht wo lass mich nicht lügen ich glaube lucas oder matthäus ja es sei dem wegen ehebruch oder wegen unzucht wenn du sagst ich kann nicht mehr her ich vergebe ihr aber ich will nicht mehr mit ihr zusammenbleiben das aber ich will ja und außerdem war ich ja nie auseinander mit ihr sie hat das mir dann ja sozusagen gebe nein das ist in ordnung nein du hast sie vergeben ihr seid wieder zusammen immer noch nein alles ist in Ordnung die ehe hat noch bestandteil du hast sie vergeben sie tut das nicht mehr alles ist in und gott hat das schon gelöscht ihr seid noch verheiratet alles ist in ordnung aber wenn man das nochmal tut weil gott bewahren dann hast du das recht zu sagen ich vergib dir weil gott mir vergeben hat aber ich möchte nicht mehr mit dir zusammenbleiben punkt warum sage ich das wir als Christen müssen eine Sache verstehen Jesus hat gesagt vergib 777 vergib immer dein Bruder aber jetzt 7 mal 77 mal genau das heißt wir sollen vergeben aber du musst nicht mit der Konsequenz leben was bedeutet das als Jesus Christus zum Beispiel als er diese 5000 Leute gespeist hat das ist eine Gnade gewesen danach aber kam die wieder um zu essen Jesus hat sich umgedreht und hat gesagt nein ihr seid nur wegen des essens zu mit bekommen das heißt er erkannte dass die heuchterlich sind fast food gratis gegeben hat 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 einen trick angewendet sozusagen er hat naja wie soll ich sagen dieser typ der war auch noch muslim hat 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 möchte die fragen du bist reingekommen hast uns das offenbar also sehr vielen dank ich nicht einfach so dass man bei mir das auf dem herzen liegt weißt du wieder okay mein bruder darum will ich die fragen wie gehst du damit um wir laufen deine ehe nach so etwas weil das ist wichtiger zu wissen damit ich bin ehrlich zu dir ich weine gerade tatsächlich also dass ich jetzt eine sache so dich kaputt macht das ist alles gut alles gut alles gut mein bruder in gottes segen wir warten auf dich gottes sehen was ist ich bin wieder alles gut ich musste mich gut sammeln ok alles gut mein bruder weil er das ist der grund war ich das gefragt aber weißt du du sagst du hast vergeben weil jesus vergeben hat und der bruder janis hat da unten ganz gut was geschrieben woher weißt du dass jesus vergeben hat das ist so hat sie busse getan ja ok also wie gesagt das aber warum weinst du mein bruder sie hat die verletzt oder dass das dass ich nicht ob es einfach so wo man einfach so schlucken kann sind wir ehrlich wir sind männer oder und da haben wir die schluss hätte nur du weißt dann wir ich bin 18 jahre mit ihr zusammen ja wir alle machen fälle oder jetzt ich denke wo der herz vergeben wir wieder luca lassen das lieber so stehen wenn die frau buße getan hat nur der herr weiß es ja man merkt dass der bruder dass dieser schmerz für den sehr hart war dass sie das gemacht hat aber lass uns nicht weiter boden ja christ wir wollen nichts irgendwas die ich da hinein bohren der herr liebt dich ja und das ist ein guter satz was du gesagt hast riesen respekt dass du das gesagt hast vergib ich hier auch wichtig ist dass sie buße tut dass sie dass sie für diese schand hat wirklich bereut hat das hat sie auch schon sie wollte schon wegen dass sich ihr leben und da habe ich gesagt nein macht das nicht alles wir wollen jetzt nicht verurteilen also wir dürfen jetzt auf keinen fall verurteilen da rein bohren ja du weißt es am besten wenn sie buße getan hat umgekehrt ist der herr liebt sie auch er liebt sie sie ist umgekehrt ja wir sind alle nicht perfekt aber wichtig ist mein bruder die zu sagen niemals naiv zu sein als christ sollen wir immer wachsam sein ja wichtig ist was ich jetzt noch mal mitgeben ja er muss auf fundament auf jesus gebaut sein du bist im herrn und sie muss auch im herrn sein es ist eine wiedergeborene christin die im geist wandelt geht nicht fremd sage ich mal nur so ich bin auch nicht perfekt ich sagte nur so geht nicht fremd ja wir sind ausnahmslos sie hat das gemacht der hat sie vergeben fertig aus wir wissen nicht was in ihrem herz ist wenn sie das noch mal tun sollte genau du mein bruder bis bruder bitte halte abstand also ich sage ich sage so du sollst dringend mit einer frau ein bartherapeut aufsuchen ich weiß du sagst du brauchst das nicht natürlich brauchen wir gebeten brauchen wir das alles am bruder mein bruder ich sage das so es geht nicht einmal um dich wenn du deine frau liebste weil wenn ich höre dass sie wollte sich das leben nehmen dann ist kein spiel für siehst du jesus ist die beste medizin man soll beten machen tun aber das soll ich sage so entweder gesucht gesucht dazu der gemeinde dort gibt es bekommst du sicher so seelsorge für siehst du jemand wo du wirklich reden kannst und wenn die jahre seelsorge genau ja und wenn um die jahre geht dann brauchst du auch jemand die da die du darüber sprechen kannst oder wie auch immer verstehst du was ich sagen will ja ich verstehe so man muss beten machen tun aber gott hat auch die ärzte gegeben er hat auch menschen gegeben die uns hilft und diese hilfe müssen wir auch anspruch nehmen und nicht die sagen nein brauche das nicht nein nein gott hat die ärzte gegeben ich wollte dich nur mal trösten die korinther gemeinde ganz am anfang des briefes was hat polos gesagt die geheiligten in christus jemand hat mit seiner schwiegermutter geschlafen so und was hat jesus dann gesagt was hat polos dann geschrieben er hat die gemeinde gewarnt dass wir nicht mit sünde spielen sollen wichtig ist dass wir jetzt hier mit beenden dass wir dich nicht mehr weiter rein bohren oder sonst was wenn sie buße getan hat und wenn du mit ihr glücklich bist ja und wenn du das wirklich vergeben hast das das hört man raus ganz klar dann ist die ehe vor gott gültig weil du sie vergeben hast und die das nicht wieder tut wichtig ist dass sie das nicht mehr wieder tun soll genau das wieder tun sollte dann musst du wirklich konsequenz bleibt es gibt halt nur ein kleines problem halt dabei der satan der ist ja gerissen der ist ja nicht dumm der hat das so gemacht weil sie hat es halt mit einem muslim war das und der hat ihr solche lieder geschickt hat wo von ihm gehört hat und immer wenn diese lieder kommen dann erinnere ich mich daran wieder ja also das ist definitiv also ich muss dich trösten ja ja ich muss dich trösten wurde jetzt gucken wir sind menschen wir sind im glauben klar aber wir bleiben noch menschen das ist normal jetzt habe ich eine frage welche lieder denn spielt sie noch diese lieder ab sie sagt sie sagt das hat nichts mit diesen typen zu tun weil sie das ist vorher auch schon gehört hat und das ist nicht gut nein das ist kein gutes zeichen sprichst du weiter hier ich bin ein mensch ich weiß so ich probiere zu helfen und so aber sage dir ganz klar du bist ein mann entweder gehst du und verbitte ich ihr das und sie akzeptiert das weil du der der haupt bist oder mein bruder geh dein weg schau mal wenn sie weiß dass die das weh tut und sie ist noch so ein lieder laufen lässt also und dann wird dann noch nein sie lässt es ja dann aber wenn man im radio hört ja ok ja aber ich sage du bist 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 du musst du bist du hast du nicht wenn sie erst macht wie er auch geschaltet das extra weg wenn das kommt aber das kommt so ja dann schauen wir dann lass diese lieder so viel mal boden weine auf tausend mal aber lasst dich nicht von einem lied kaputt machen lassen dazu das hat und ich angreift jetzt genau wenn dieses lied kommt höre besser kaufst du dieses lied und hörst du tausend mal dieses lied weißt du was ich meine damit ja dass ich nicht das sind die verletzten dann guck mal ich wollte ja genau da muss ich schlafen gehen zum brauche heilung krassen wichtig ist wir sind christen ja wir sind kein roboter die sind wir haben den herrn du bist natürlich die verletzung ist noch da wichtig ist was ich dir sagen kann gibt das spricht das einfach sagt her ich gebe die verletzung an die einfach nur sprechen dass der herr dann hat du musst das wirklich aussprechen ja dass du sagst herr jesus ich bin verletzt ich gibt es die ab auch wenn du noch nicht bereit bis im herzen einfach aussprechen wichtig ist aber auch nur für dich zu erwähnen ein wiedergeburt eines christen erkennst du an dir den früchten und du musst jetzt für dich selber wissen ich kenne die person ich will das nicht verurteilen das weiß ich nicht das musst du am besten wissen sei nicht gefühlt betonen wenn es um die ehe geht sondern sei wachsam erkenne die frucht so wie jesus christus gesagt hat an diesen früchten werde die sie erkennen und alles was im herzen im verborgenen ist das kommt irgendwann mal in in verhalten in den kuchen am schau mal hätte sie mich hätte sie das gemacht und werde mich verlassen dann hätte ich hier nie wieder eine chance gegeben aber das ding ist sie hat mich ja nicht verlassen weil sie mich liebt und der satan der hat hat ihr ein spiel gespielt sozusagen und ja hat sie halt dazu gebracht aber das hat sie so sehr bereut dass sie sich ihr leben nehmen wollte oder verstehst du ja ja alles gut oder chris ich wünsche dir wirklich alles gute macht ihr da nicht so viel kopf wir haben einen sieger ja das ist der jesus christus egal was uns trennt es vermag uns nicht von dem herzen trennen du schau mal bruder es ist erster platz bruder das ding ist ich bin einmal schon tot gewesen mit 5,4 promille und jesus hat mir mein leben wiedergegeben und jetzt lässt du mich durch so eine schwere zeit ging trinkst du noch oder trinkst du nicht mehr wieder locker ich sagte ganz ehrlich ihr habt mir beigebracht das kann dass jesus keine religion ist sondern dass jesus in einem wohnt und da wo ich das verstanden habe habe ich mir gedacht wenn ich in eine neue wohnung ziehe oder in ein neues haus ziehe will ich auch nicht dass die wohnung verraucht ist oder mit alkohol voll ist und deswegen habe ich komplett aufgehört ich habe tatsächlich komplett aufgehört ich kann ich gar nicht alles gut gottes in chris wir werden uns mal bei bieter locker noch mal unterhalten mal die tage oder so er bis auf jeden fall herzlich eingeladen wichtig ist nicht diese debatten oder sonst was wenn du irgendwas hast einfach hochkommen wenn du gerne privat reden willst schreib mich einfach an oder dem vita locker wir können auch ein dreier gespräch führen oder mit jannis das geht doch nicht da sind doch andere auch also ich meine nur falls du nicht so alles über offen reden möchtest ja weil es ist ja jetzt im internet ist öffentlich ja ich weiß ich weiß aber ich danke dir für für deine offenheit der herr jesus segne dich mein bruder fühl dich umarmt er lieb dich bruder gottes segen an alle ja gottes segen Ja, ich sage, mein Bruder, gegen unsere Familie. Bleib da, Chris, warte schnell. Du musst nicht gehen. Also, Chris, also wenn du willst, wenn du jetzt nicht darüber sprechen willst, kannst du mich privat melden. Aber ich wollte wissen von dir, mein Bruder. Weißt du, was soll ich dir sagen, Bruder, das ist kein schöner Erricht, weißt du? Ja, aber ich habe dir vergeben, weißt du, weil Jesus sagt doch, wenn ich nicht vergebe, wird Jesus mir auch nicht vergeben. Ja, Bruder, also darf ich fragen, ist das schon lange her oder vor kurzem passiert? Naja, das ist schon etwas länger, also was heißt etwas länger? Ja, schon ungefähr, keine Ahnung, sechs Monate ungefähr oder noch länger vielleicht. Ich habe nicht mitgezählt, weil ich will das eigentlich vergessen. Aber der Satan erinnert mich halt. Also, mein Bruder, schau mal, ich sage dich ehrlich, ich sage, schau mal. Komol hat ein paar Sachen geschrieben, wo die Wahrheit sind. Und weißt du, du bist mein Bruder, okay? Wieder eine kurze Frage. Sorry, dass ich reingrätsche, weil ich weiß es nicht. Du weißt ja, ich bin nicht lange im Glauben. Und daher will ich auch, dass wir ihn entsprechend fragen, ist das keine, sag ich mal, ein Grund, die Ehe also abzubrechen? Nein, weil sie mich ja nicht verlassen hat, das ist das Ding. Aber du kannst doch sie verlassen oder nicht? Oder ist das falsch? Das ist falsch, weil ich werde das nicht tun. Ach so, ach so, okay. Aber so grundsätzlich darf man, oder? Wenn das so passiert. Er darf, er dürfte sich scheiden lassen, ja. Aber er will das nicht, der hat verziehen. Und das ist schon gut. In dem Sinne, es geht ja nicht um das. Das Einzige, was ich dir gerade kann, Chris, ist, wie gesagt, dass du, weißt du, wir sind viel stolz. Wir denken, warum soll ich so ein Paartherapeut gehen? Warum soll ein Psychologe aufsuchen? Warum soll ich das? Okay. Wir müssen beten, aufs Gebet hören, Gemeinde gehen. Du sollst, hast du, gehst du mit deiner Frau in eine Gemeinde? Nein. Eben. Dann fang an, in eine Gemeinde zu gehen. Okay. Das Einzige, was du dir sagen kannst, ist, das muss ich auch sagen, ist so, schau mal, du hast vergeben, deine Frau hat Busse getan, hast du gesagt? Genau, richtig. Okay, aber ich werde das trotzdem erwähnen, behalte das einfach in deinem Hinterkopf. Amen. Wenn um Betrug geht, es fängt klein und meistens passiert es bewusst. Weißt du, deine Frau sagt, sie wollte sie sich das Leben nehmen. Ja. Dann denke ich auch, dass sie das bereut hat. Ja, richtig. Genau. Darum sage ich zu dir, such wirklich Hilfe für deine Frau, weil sie will, sie hat es geheißen, sie will sie das Leben nehmen. Und das ist eine Anzeige, die man nicht ignorieren darf. Aber schau mal wieder, nur wegen das hat sie das gesagt, weil sie kommt damit selber nicht zurecht, dass sie das gemacht hat. Ja, schau mal, mein Bruder, ich konnte viele Sachen sagen, die nicht gut wären, in Hinsicht zum Sagen, warum sagt sie das, will sie die manipulieren, damit sie sie nicht loslässt. Und ist es wirklich so, dass der Gedanke da ist und dieses Problem da ist, dann muss ich Hilfe suchen. Und wenn dieser Gedanke nicht da ist, dann muss ich mich fragen, warum sagt jemand das, will diese Person einfach, dass du sie nicht verlässt, weil du darfst sie verlassen, will diese Person einfach, dass du sie nicht verlässt. Und du liebst diese Person natürlich, du wirst diese Person nicht loslassen. Das verstehe ich alles. Wie gesagt, das ist schlussendlich dein Leben. Ich liebe diese Frau und ich habe ihr vergeben, weil Jesus hat gesagt, wenn du nicht vergibst, dann vergib dir Jesus auch nicht. Sehr gut, mein Bruder, sehr gut. Und deswegen habe ich gesagt, und ich liebe ja diese Frau und sie liebt mich ja auch, das ist ja nicht so, dass sie mich nicht liebt, sonst hätte sie mich ja verlassen und dann hätte sie was mit dem Typen vielleicht gemacht. Aber es ist nicht so gewesen. Sie hat mir das danach offen, also offen gesagt, also ja. So ein Ding war das halt. Und ja, und diese Musik, die erinnert immer wieder halt daran. Das ist das Problem. Wenn ich fragen darf, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Ah, okay. Weil, äh, wir reden ja auch von deiner Frau. Und, äh, wenn das nicht, du bist Christi, das kann sein, dass es uns gesegnet ist. Ich weiß nicht, ob die auch überhaupt Christen sind, wiedergeboren. Ja, vielleicht seid ihr noch am Anfang, ne? Und wie lange seid ihr im Glauben, wenn ich fragen darf? Ich glaube jetzt schon, seitdem ich 18 war, seitdem ich mit 5,4 Promille tot gewesen bin und wieder lebe und Jesus mir mein Leben wiedergegeben hat. Und du bist verheiratet seit 18 Jahren? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ihr Riech 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 nicht verheiratet. Ich bin verlobt mit meiner Frau. Ah, seit 18 Jahren? Mhm. Okay. Also, seit wie lange bist du verlobt? 2011. Seit 2000 bist du verlobt? Genau. Und wann heiratest du? Wann in Deutschland? Wir wollen jetzt anheiraten, aber es ist ja okay. Okay, okay. Aber eine Frage jetzt, was wollte ich fragen, als ob du bist verlobt. Genau. Ah, ja genau. Also, wenn du Christ geworden bist, hast du vorher auch gesagt, hast du dich taufen gelassen. Nein. In einer Gemeinde gehst du ja nicht. Ich war vorher in einer Gemeinde, ich war ja vorher Adventist. Also, ich glaube, ich habe an den Sabbat geglaubt, so wie die Bibel sagt. Ja. Ja, also der Samstag, der Gottestag ist, wo man nicht arbeiten soll und so. Ja, du bist ein paar Mal da gewesen und so. Ja, genau richtig. Aber durch euch habe ich erkannt, dass Jesus keine Religion ist, sondern dass er einfach der wahrhaftige Gott ist und er keine Religion braucht. und so. Ja. Also jetzt in dem Sinn. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Okay. Aber du glaubst schon die Trinität, du glaubst schon Vater, Son, Heiliger Geist. Natürlich. Ich glaube, dass Jesus Gott ist, Jesus Gott und der Heilige Geist ist eins. Okay. Und du glaubst, dass drei Personen ein Gott. Genau, richtig. Okay. Also, mein Bruder, deine Frau jetzt? Ja. Sie glaubst du es gleich. Sie glaubst du es gleich. Und fast gleich wie du? Sie glaubst, dass alle gleich. Okay. Ich hab auch getauft. Ich hab getauft. Wie? Ich hab getauft. Nein, auch nicht. Aber wir lassen uns taufen von einem Bruder. Okay, mein Bruder. Dann fangen wir alle ein neues Leben und mein Bruder sucht dich so schnell wie möglich. Gemeinde. Lasst einen Taufer, geht ihr ein neues Leben. Nein. Das wird die Vergangenheit. Nein, aber nicht dich will ich will, mein Bruder. Das gefällt mir nicht, Bruder. Ich sage dir ehrlich. Also, acht Jahre oder seit 2011, oder? Sind wir verlobt, ja genau. Sind wir verlobt? Ja, genau. 13 Jahre. 13 Jahre, Bruder. Lass dich, geh endlich in eine Gemeinde, Bruder. Was siehst du? Morgen such dich Gemeinden. Ey, geh, such eine und lass dich taufen, du deine Frau und dann heirate dir. Weißt du? Ich weiß nicht, was für Probleme da zwischen euch ist, dass ihr bis jetzt nicht geheiratet haben. Aber ihr müsst euch keine große Party machen, Bruder. Lass euch heiraten. Sonst ist kein Segen da drin, Bruder. Amen. Verstehst du? Du lebst ja wahrscheinlich unter Unzucht, Unzucht, Unzucht. Kein Segen, Bruder. Verstehst du? Und dann schau mal, was passiert ist, Bruder. Kein Segen. Du musst heiraten, Bruder. Das werden wir keine Sorge. Nein, Bruder. Ich will nicht hören, das werden wir, Bruder. Ich sage, ich werde heiraten und dann such dich morgen schon einen Ort, Bruder. Geh taufen, geh heiraten. Was wartest du, mein Bruder? Geht ums Geld. Um was geht das? Das ist nicht so einfach. Okay. Aber wie gesagt, du weißt es am besten. Aber ich habe den Herrn angenommen und der Herr Jesus sagt, wer mit den Lippen bekennt, der ist gerettet, oder? Ja, du musst ja auch Taufer lassen, du musst Gemeinde gehen, du brauchst Gemeinschaft. Weißt du, du musst nicht diese Sekte zuhören, die hier erzählen. Du brauchst keine Gemeinde und das und dort und bla bla. Du brauchst eine Gemeinde, du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Christen in deiner Nähe. Schau mal, wie gesagt habe, du musst vielleicht Hilfe suchen, Bruder. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht arbeitest du nicht. So arbeitest du, hast du alles geregelt, alles ist gut bei dir. Bruder, ich habe alles, was ich brauche, ich glaube. Ja, aber dann ist schon gut und geheiraten, Bruder. Was wartest du? Was wartest du, Bruder? Geh heiraten. Ja, werde ich. Sehr gut, mein Bruder. Das wollte ich hören, das werde ich. Das ist schon besser. Sehr gut, Bruder. Such dir eine Gemeinde, wirklich, sehr wichtig. Dass du Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Das ist so. Ja. Ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ist kein Problem, sehr gerne. Kann ich auch immer wieder kommen, wenn du Fragen hast oder was auch immer. Okay, ich bin immer willkommen. Aber es ist sehr wichtig, mein Bruder. Such eine Gemeinde, wirklich. Such dich eine Gemeinde. Solange ich lebe, bin ich Christ und bleibe ich Christ. Ich werde den Herrn Jesus niemals verlassen. Weil er hat mir mein Leben wiedergegeben, wieder locker. Ob du mir glaubst, oder nicht. Meine Hälfte 10 Minuten aufgehört zu schlagen, verstehst du? Nur Jesus kann mein Leben wiedergeben. Der Satan gibt dein Leben nicht wieder. Er kann uns deine Zeugen erzählen, mein Bruder, wie du wirklich so, was du gesehen hast. Wie war das? Ja, Bruder, natürlich kann ich das. Also, es war halt so, ich habe am 18. Geburtstag, war es, habe ich halt eine Party gemacht. Und, ja, da sind halt ziemlich viele Leute gekommen. 200, 300 Leute waren da halt. Ja, und dann habe ich halt jedem eine Wodkaflasche geschenkt, einfach so. Ja, einfach so, weil ich das wollte halt. Ja, und, naja, und ich selber habe richtig übertrieben halt. Ähm, und am Schluss habe ich halt nicht nur Jackie getrunken, sondern habe halt auch noch zwei Wodkaflaschen auf Ex getrunken. Und, ähm, ja, bin dann in Koma gefallen mit 5,4 Promille. Und, ja, die Cops haben das halt gemessen, TikTok-sportlich. Ähm, ja, und dann bin ich in Koma gefallen. Für 10 Minuten hat mein Herz aufgehört zu schlagen. Und ich habe tatsächlich nichts gesehen. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie eine grüne Wiese sieht oder irgendeinen Tunnel oder irgendwas. Es ist so, wie die Bibel sagt, man schläft. Es ist so, als würdest du schlafen. Und dann, wo ich aufgewacht bin, wo mein Herz wieder angefangen hat zu schlagen, die Cops haben gesagt, TikTok-sportlich, haben gesagt, ja, schaltet die Maschinen ab, das bringt nichts mehr und so, dies, das. Ähm, ja, und ab da hat mein Herz wieder angefangen zu schlagen. Ja, und, ja, und ab dem Zeitpunkt habe ich den Herrn Jesus richtig angenommen in mein Herz und habe gesagt, nur Jesus konnte mir mein Leben wiedergeben. Meine Mom, die ist Krankenschwester in Rumänien gewesen. Das gilt aber hier in Deutschland nicht. Das wird nicht anerkannt. Aber sie hat gesagt, du, also ich, ähm, hab, hab Gottes Segen gehabt, weil normalerweise dürfte ich erstens gar nicht mehr leben nach zehn Minuten und zweitens, das war so knapp an der Grenze, nur paar Sekunden irgendwas, und die hätten mich nicht wieder zurückgeholt. Na, und auf jeden Fall, wo die das gesagt haben, schaltet die Maschine ab, genau da hat mein Herz wieder angefangen zu schlagen. Und, ja, und dann bin ich tatsächlich Christ geworden und hab gesagt, okay, dieses, dieses Leben, das hat mir Gott gegeben. Er hat mir zweite Chance gegeben. Er hätte ja auch sagen können, hey, pass auf, du hast dein Leben verspielt. Das war's. Und deswegen sage ich, Jesus ist Gott. Ich sage das nicht einfach so. Ich sage, weil ich das erlebt habe. Ich sage, weil, weil er mir mein Leben wiedergegeben hat. Meine Mom hat gesagt, hey, du könntest normal nicht mehr, nicht mehr reden. Du könntest vielleicht nicht mal mehr dich bewegen. Das ist nicht normal, hat sie gesagt. Sie, es ist nicht normal, dass du ganz normal aus dem Bett aufstehst und wieder laufen kannst. Und sogar noch, ja, andere Sachen gemacht, weil die Ärzte haben mich halt nicht losgelassen. Und dann habe ich gesagt, lass mich los. Ich will jetzt aus dem Krankenhaus. Ja, und, ja, und da hat es halt Probleme gegeben, ein bisschen so. Dies, das ist einer gegen die Wand geflogen, der zweite auch. Ja, und, naja, und dann bin ich halt rausgegangen. Meine Mom sitzt so auf dem Sofa mit rumänischem Temperament. Sagt, so, wo warst du? Ja, ich sage, ich war Geburtstagfeind. Ich sage, ach, so nennt man das Geburtstagfeind. Du hast alle Ärzte durch die Gegend geschmissen. Also, okay. Aber davon habe ich nichts gewusst, weil mein Gehirn war nicht komplett da. Das ist das einfach die Wahrheit. Ähm, ja, und da habe ich solche EKG-Knöpfe an mir dran gehabt, naja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir reden morgen morgen. Dann habe ich alles abgemacht halt, die ganzen Knöpferdinger da halt. Was weiß ich, was das sind, tut mir leid, ich kann nicht so gut Deutsch. Aber, ja, habe ich halt abgemacht und seitdem habe ich gesagt, okay, ich gebe mein Leben komplett dem Herrn Jesus. Na, das ist eigentlich alles. Und man sieht absolut nichts. Man sieht keinen Tunnel, keine gewine Wiese, kein gar nichts. Nichts. Ja. Ob man was sieht, gibt verschiedene Berichte. Die einen Menschen sehen was, die anderen sehen nicht. Es ist unterschiedlich. Aber alle Ehre gebührt, Herr, mein Bruder, und das ist schön, dass du den Herrn angenommen hast. Und danke, dass du dein Zeugnis uns erzählt hast. Gerne, wirklich. Aber ich sage die Wahrheit, das ist nicht ein Wort gelogen. Ich würde das niemals tun. Niemals. Also, mit sowas spart ich nicht. Es geht um mein Leben, es geht um das Leben, was Jesus mir wiedergegeben hat. Und ja, das ist einfach die Wahrheit. So war Gott lebt. Lieber Bruder Christ, der Herr segne dich erstmal. Guten Abend. Danke, Stravus. Ja, Shalom, alles zusammen. Entschuldigung. Shalom, Shalom. Was ich so jetzt herausgehört habe, dein Weg war lang. Ja. Und du bist auch umhergeirrt und er war auch nicht einfach, dein Weg. Genau. Aber ich wollte dir nur nochmal ans Herz legen, die Worte vom Bruder Luca, dass du die ernst nimmst. Komm zum Herrn und damit du Frieden und Ruhe in deinem Leben endlich erfährst und ein gesegnetes Leben führst. Lasst euch taufen, heiratet, findet eine Gemeinde und übergibt dein Leben gänzlich dem Herrn, damit ihr endlich ankommt, weißt du. Das wollte ich dir einfach nur mitgeben. Der Herr segne dich, Bruder. Dankeschön. Amen, Bruder. Sehr gut. Ich danke euch von Herzen, ja. Bitte, Bruder, danke uns nicht, Bruder, danke Gott, dass er uns Leben gegeben hat, dass wir hier sind, Bruder. Dem Herrn, Bruder. Ja, ich danke dem Herrn. Ich sage ja, in meinem Leben wollte ich eigentlich nur einmal die Bibel durchlesen, damit ich wenigstens sagen kann, okay, ich habe einmal in meinem Leben die Bibel gelesen, aber mittlerweile ist es jetzt fünfmal geblieben. fünfmal. Fünfmal habe ich jetzt die Bibel schon durchgelesen und ich kann sagen, ja, ich habe Gottes Wort verstanden und ja, diese Gabe, dass er mir das so wie ein offenes Buch halt gibt. Auch wenn manche sagen, ja, die Hoffnung für alle, die ist nicht so das Richtige und dies, das. Aber das ist auch Gottes Wort. Und ja, ich habe halt mit dieser Bibel, bin ich halt aufgewachsen und ja, diese Bibel kenne ich halt und ja. Ja, Bruder. So, ich kann nur mich einfach wiederholen. Es ist wirklich, so meiner Meinung nach, es ist sehr wichtig, dass du wirklich heiratest, dass du Gemeinde suchst, Gemeinschaft hast, dich taufen lässt, wirklich, damit deine Ehe zumindest ist, dass es gesegnet ist. Weißt du so? Okay, das bedeutet nicht. Ja, weil immer jetzt lebt ihr und sozusagen und sucht. Amen. Das ist nicht gut. Weißt du? Nein, wie gesagt, das ist alles vergeben und vergessen. Ich meine das wirklich ernst. Sonst würde ich... Nein, nein, nein. Es geht nicht um, es geht zwischen dich und deiner Frau. Es geht um dich und deine Frau. Du und deine Frau leben unter Umzucht. Ich spreche nicht, was deine Frau gemacht hat. Ich spreche zwischen dir und deiner Frau. Ihr zwei lebt unter Umzucht. Ihr seid nicht verheiratet und ihr seid zusammen und sehr lange verlobt. Ja. Was ich eigentlich... Eben nichts dagegen in diesem Sinne, weißt du? Jeder das seine, jeder hat seine eigene Zeit. Aber wenn man zusammen sein will, muss man dann auch heiraten. Weißt du? Ja, genau richtig. Und das wollen wir tun jetzt. Dieses Jahr wegen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und der will uns taufen lassen. Ja. Sehr schön. Ich bin jetzt da in Frankfurt mit deinem Bruder. Und dort werden wir auch jemanden taufen. Wenn du näher Frankfurt bist... Nein, leider nicht. Also, nein. Wann bist du in Frankfurt wieder? Was zählst du da? Ja, ich weiss noch nicht. Ich bin nur ein Abklärer. Jemand, den ich taufen will. Dann gehe ich dort lernen, wie man tauft. Mit dem Bruder Matthias, wenn alles gut läuft. Dann taufe ich dort. Und dann, ja, kann Christa kommen. Ich muss noch abklären, aber... Na ja, wer die alle taufen hier auf TikTok. Na ja, wer die TikTok taufen hier. Werfe Wasser auf mein Auto. Na ja. Ich bin mir auch gefragt. Wenn du jetzt kannst du mir auch nachfolgen halt. Christian, warte. Haben die sowieso. Ich darf die auch. Dann wirst du ein bisschen länger unter Wasser halten. Ja, ich gehe nach... Wo wohnt er? Österreich. Aber ich finde eins halt komisch. Warum tut er denn eigentlich diese... Mit einem Kübel Wasser, weißt du? Wieso tut er denn eigentlich diese Streams immer schneiden und so? Ich finde das nicht korrekt halt. Weil eigentlich hat er ein gutes Herz irgendwie. Weil ich habe mit ihm auch schon geredet. Aber... Haben die? Ich weiß nicht. Haben die? Ja. Ich weiß nicht, ob ein gutes Herz. Hat er ehrlich gesagt. Hat er keine. Oder denkst du, dass es einfach... Paulus hat gesagt, in uns drin wohnt nichts Gutes außer der Heilige Geist. Das ist menschlich jetzt. Sympathisch. Und ja, hat ein gutes Herz. Widerlog hat ja richtig beantwortet. Keiner Mensch hat ein gutes Herz. Und geschweige einer, der ohne Jesus und 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 wie er hier ist. Wir, wo wir wiedergeborene Christen sind. Paulus hat gesagt, in mir wohnt nichts Gutes außer der Heilige Geist. Und wie viel mehr jetzt kamen die? Verfallen nicht in diese fleischliche... Ach, der Arme hat ein gutes Herz, hat letztes Mal so schön gesprochen und gemacht. Und innerhalb von 10 Minuten der andere Chat spricht die bei Jesu Sachen, wo wir hier nicht aussprechen dürfen. Oh, okay, okay. Danke. Äh, wieder locker? Ja? Haben die, musst du mit Rukia Wasser drauf? Also ist ja auch kein Teutscher, oder? Äh, ich geh, äh, Österreich mit der Kübel Waffe. Hast du diese Geri oder? Also Teutscher? Ich kaufe so ein Ding von den Katholiken, weißt du? Äh, geweihtes Wasser. Also Teutscher haben die, also die Menschen, oder? Also ich sage so, schau mal, wenn du meine ehrliche Meinung wissen willst. Ich vertraue nicht einmal meinen Schatten. Also ich sage eben, ich vertraue nicht einmal meinen Schatten. Weil meine Schatten verlässt mich auch immer wieder. Das ist so und lässt mich allein. Und, äh, haben die, ich kenne haben, weißt du, letztes Mal war ein Bruder dort bei Ingen und dann bin ich reingegangen und dann habe ich nur zugehört und dann sagte er so, ja, wie der Luke, ich wollte nur, dass du schaust wegen Babylon, das beleidigt hat. Und dann habe ich überlegt, der, der mich als Pädophil genannt hat, mich beleidigt hat, Joker dort, die meine ganze Familie beleidigt hat, alle Leute, die mich und meine ganze Familie beleidigen, defamieren und alles machen hier, machen Videos, schneiden Videos. Alle solche Leute, weißt du, total verlogen. Aber ich sage trotzdem, Gottes Segen auf die, weißt du, Gott soll sie und ihre Familie sagen. Aber warum machen die das? Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, wie gesagt, äh, der Bruder Janis hat ganz schön gesagt. Der Geist und eine Bindung, Christ. Es ist ein anderer Geist. Ganz einfach. Ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen die, aber ähm, ich vergesse nicht, du weißt du? Man kann, ich kann verzeihen, aber ich vergesse nicht. Ja, ich verstehe, was du tun. Und besonders bei Familie, und so groß wie möglich, weißt du? Bei uns, Rumäne, ist es auch so, bei Familie hört die Freundschaft auf, also das war's. Dann über Familie geht nichts bei uns. Eben ja, genau. So ist es. Wenn es dann wirklich an die Familie geht, dann ist es vorbei. Eben ja, wie gesagt, ich verzeihe, aber ich muss mit diesem Ingenieur Kontakt haben, weißt du? Ja, und das ist das Gute im TikTok. Ich bin bei mir zu Hause fertig. Ja, das stimmt. Mhm. Also, ich muss privat mit diesen Menschen nichts zu tun haben und hier auf TikTok auch nicht. Mhm. Nein, weil der Hamdi, der wollte, halt mal erklärt haben, wie das ist mit dieser Trinität. Und dann habe ich ihm gesagt, dass Mose ja auch am Berg Sinai war und einen Kreidestrich gezogen hat und hat gesagt, wer diese Linie übertritt, ob Mensch oder Tier, muss sterben. Und ich wollte ihnen halt das erklären, also sachlich erklären, wie das gemeint ist, dass Jesus Gott und der Heilige Geist eins ist. Dass sie das verstehen, aber anscheinend wollte er das nicht verstehen. Und du glaubst ihm wirklich, dass er das wissen wollte? Er hat das so gesagt. Er hat tausendmal die Bibel gelesen, er kennt die Bibel sehr gut. Also, weißt du, ich selber sage, schau mal, ehrlich, wenn ich so etwas höre, dann denke ich sofort, was für ein Täuscher, weißt du? Mhm. Weil er will gar nichts wissen. So ist das. Also, ja. Ja, er wollte mich vorführen, ja. Ja, dann soll Gott ihn halt, ja, dafür segnen halt und, ja. Amen, mein Bruder, Amen. Aber lasst euch nicht täuschen von gewissen Menschen hier auf TikTok. Wirklich klingt das so. Ja, es ist sehr gefährlich, ja, das stimmt schon. Aber ich wollte, ich habe halt wirklich gedacht, er wollte das wissen und deswegen, ja, habe ich ihm das halt erklärt, so gut ich konnte halt. Ja, Amen. Weil ich bin ein fairer und gerechter Mensch und ich denke, die, die mich kennen, die wissen das auch, dass ich nicht, also irgendwie irgendwelche Lügen erzähle oder so, das habe ich gar nicht nötig, überhaupt nicht. Ich lebe in dem Herrn Jesus und der Herr Jesus lebt in mir. Und wir sollen nicht für den Herrn Jesus leben, sondern so leben, dass der Herr Jesus in uns leben kann. Und das habe ich begriffen. Und deswegen habe ich auch aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen. Ja, habe mit alles komplett aufgehört. Amen, Bruder. Amen. 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 Und ich habe wirklich viel getrunken, also wenn ich sage viel, dann meine ich viel. Und ein Alkoholiker gibt niemals zu, dass er ein Alkoholiker ist. Nie. Ein Drogensüchtiger nicht. Auch jemand, der Fresssucht hat, niemand, der eine Abhängigkeit hat, gibt etwas zu. Ja, siehst du, Drogen habe ich früher auch genommen. Ja. Aber ich habe auch... Der andere hat mit Fresssucht zu tun, der andere hat mit anderen Sachen zu tun. Jeder versteckt sich. Aber preis dem Herrn, bleibt dran. Aber ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sagte ganz ehrlich, jetzt kann einer, weil das ist ja legalisiert worden, TikTok sportlich. Ja. Ähm, jetzt... Ich habe meiner Frau das Wort gegeben und habe ihr gesagt, ich werde das niemals anfassen mehr. Und ich habe das auch niemals mehr angefasst. Also bei mir kann jemand vorbeigehen und was rauchen, wie er will. Wir brauchen Gnade vom Herrn Christ. Ich habe das auch so gesagt und gedacht. Und ich weiß, dass viele Christen in große Prüfungen, in große Anfektungen kommen mit dieser Legalisierung von Haschis und Drogen und so weiter, was die da bauen werden. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, jetzt wird sich zeigen, wenn ein Christ wirklich frei war oder nur das Gesetz hat ihn gehalten, dass er seine Sucht nicht weiterführen kann, aus Angst gefasst nicht gemacht zu werden. Ich bin wirklich frei durch Jesus Christus geworden. Jetzt wird sich zeigen, ob jemand frei ist oder nicht. Ich bin richtig frei durch Jesus Christus geworden. Das ist einfach... Jetzt halt gemein, weil das sind viele Zuhörer hier und das ist nicht immer auf eine Person bezogen. Auch wenn wir hier sprechen, dann sind wir auf diese 80, 90 Leute. Wir sind hier neun Leute für die 80 Leute. Nie persönlich nehmen, bitte. Immer für die ganze Gemeinschaft sprechen wir. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich als Jani. Ich war auch eine große Drogensüchtige Person. Ich neige sehr viel auf süchtige Sachen. Ich bin, wie sagt man das auf Deutsch, auf Sucht gefährdet. Sucht gefährdet. Und ich habe mir gedacht, die machen das, habe ich ihn gesehen, im Fernsehen gemacht. Aber ich habe gemerkt, meine Herzen berührt mich nicht. Ich fange an nicht zu flirten. Ach, wie schön er wäre. Ich lasse solche Gedanken nicht zu. Und dann sage ich, ja, Herr. Danke. Und dann habe ich gemerkt und verstanden, wenn jemand noch in seinem Herzen flirtet mit dieser Sucht noch, ach, ja, eine kleine vielleicht ist nicht so schlimm von Gott und dies und jenes und irgendwie immer so ein bisschen mit seinem Gewissen und so kleine Ausrede findet, dann weißt du, der hat noch nicht die Befreiung erlebt. Es sind noch offene Türen. Aber wenn du merkst, dass diese Sachen dich nicht angreifen, keine Gedanken verschwendest darüber und nichts sagst und so ein bisschen weißen Geheim, dann weißt du, dass du frei bist. Aber wenn noch etwas da ist, wo du sagst, oh ja, jetzt kann ich vielleicht dies oder jenes, dann weißt du, es ist noch nicht so, wie es sein soll. Dann muss man dem Herrn bitten, dass er uns ganz frei macht. Genau, richtig. Das ist genau korrekt, was du sagst. Und ich sage auch, wenn man die Sünde so sehr hasst, wie man sie einst geliebt hat, dann hat man den Satan besiegt. Das sage ich immer wieder und ich denke, das ist auch wirklich wahr, weil wenn du wirklich kein Verlangen mehr hast, wie du gesagt hast, Janis, dass du gar kein Verlangen mehr danach hast, weil Jesus Christus dir das weggenommen hat. Genauso wie wenn ich jetzt an der Wodkaflaschen riechen würde, mir würde Übelkeit kommen und ich meine das wirklich ernst. Aber das hat Jesus gemacht, weil vorher war das nicht bei mir. Vorher konnte ich das trinken wie Wasser, aber jetzt nicht mehr. Und ich werde das auch nie wieder tun. Ich habe mir das in mein Herz gesetzt und habe den Herrn Jesus in mein Herz gelassen und habe erkannt, dass wenn er in mir wohnen soll, warum soll ich ihm eine dreckige Wohnung hinterlassen? Das will ich nicht. Denn unser Körper soll ein Tempel Gottes sein, sagt er in Gottes Wort. Du sprichst das alles, so wirst du das auch für diese Gedanken und willst du deine Wille einsetzen. So wie du das sagst, musst du auch so für deine Ehe das auch sehen. Warum beschmutzt du deine Körper jetzt mit dies, jenes, das, das und sofort wie wieder locker? Psychosequenz. Wenn das finanziell nicht ist, brauchst du nicht 100 Leute einladen, Hochzeiten und dies und jenes. Finde eine Gemeinde, schließe ein Bund vor Gott von Menschen vor Zeugen, dass der Teufel keine Anrechte hat. Gäste in der Stadt sind und mach das so schnell wie möglich, weil sonst wird der Feind noch in eurem Leben wütend und wühlen. Dann ist kein Segen, wie auch der Bruder dir gesagt hat. Macht jetzt die Toren und die Türen zu. Seid ihr klug. So wie du sagst jetzt. Der Tempel nicht in meinem Körper und dies. So genau musst du es auch sehen zwischen der Beziehung, was du jetzt mit deiner Frau hast. Richtig, genau. Das musst du jetzt auch einen Schnitt machen. In Deutschland braucht man keine, wie wir in Griechenland oder, Entschuldigung, dass ich sage, wie die Roma und Cindy, 2.000 Leute einladen und braucht man keine 20.000, 30.000 Euro für eine Hochzeit. Du weißt, wie das geht. Wenn das auch nicht geht, zwei, drei Freunde einladen nach dem Stadtesamt, gehst du in ein Restaurant, essen, dies und jenes. Janis, das Geld ist nicht bei uns das Problem. Ja, das Geld. Das ist aber nur diese Ausrede. Die Sünde hat die Ausrede. Ach, das macht man nächsten Monat, nächstes Jahr. Und langsam, langsam. Der Mensch merkt nicht, dass er in Sünde lebt. Das wird zur Gewohnheit. Bruder, das Geld ist nicht bei uns das Problem. Das kann ich dir sagen. Wir werden uns freuen, wenn du kommst nächstes Mal und sagst, ich war da, ich hab dies und Zeugnis geben, wie das war. Auf jeden Fall. Ich meine das nur gut. Nicht nur für dich, auch für alle anderen, die hier zuhören. Vielleicht jemand ist in deiner Situation drin, lebt seit fünf, sechs Jahren mit seiner Freundin. Halleluja, Preisen machen dem Herrn, aber haben nicht gemerkt, dass sie in Hurerei leben. Oder wollen nicht das hören. Ja, richtig. Aber ich bin halt ein ehrlicher Mensch und deswegen sage ich halt einfach die Wahrheit. Gott ist gebraucht wie andere Zuhörer, die hier sich verstecken. Aber beim Gott kannst du dich nicht verstecken. Nein, nein. Man kann sich bei Gott nicht verstecken. Der Herr sieht alles, aber genau so sieht der Satan auch alles. Und das ist das Problem, das man hat. Oder wieder locker, was sagst du? Ich sage, Bruder, ich sage dir so. Okay, wenn ich höre, so Geld ist kein Problem. Ich sage immer, auf meinem Bankkonto hat genug Platz. Und schau mal, du musst einfach so sicher gesagt haben. Gott segnet es nicht. Amen. Schau mal, wenn ich jetzt Kontakt nehmen würde mit einer Frau und ich will dann heiraten, Bruder, dann will ich heiraten. Weißt du? Ja. Dann kann ich zusammen gehen und heiraten. Ich konnte auch blind heiraten. Weißt du? Weil, ich sage dir so, besser man heiratet, weißt du? Ja. Vor Gott, ich stand vor Gott aus, dass man in der Höhe lebt. Weißt du? Und das ist eine Sache, Bruder, die, eben, also wenn du mit jemandem zusammen bist, bist du nicht verheiratet und dann noch so lange, weißt du? Ich hätte Angst, dass Gott mich trennt von dieser Person. Vor allem, wenn ich diese Person lieben würde. Weil ich weiss, dass dann Gott es nicht segnen würde. Weißt du? Es geht immer. Gott sieht dein Herz natürlich. Deine Intentionen. Man sieht, du willst heiraten, die Frau will heiraten. Und man sieht auch deine Situation, was daran hindert. Aber wenn nichts daran hindert, mein Bruder, kann ich sicher sein, dass dann früher oder später Gott nicht segnet. Und nach deiner Geschichte, die du hier erzählt hast. Ja. Dann sage ich einmal, Bruder, so schnell wie möglich, wirklich, so schnell wie möglich, am besten Morgen, weißt du? Taufen lassen, Gemeinde suchen, Bruder, und heiraten. Amen. Du spielst russische Roulette. Sag mir das andere jetzt, das Extreme. Gott bewahre. Ja. Wenn etwas passiert und jemand stirbt, geht die Sünde in den Himmel, geht die Sünde nicht in den Himmel. Ihr spielt russische Roulette. Ihr habt das nicht verstanden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Richtig. Auch der ewige Tod. Also, keiner soll sich täuschen lassen von dem Feind, wenn er denkt, er lebt in Sünde und er stirbt, er geht in den Himmel. Das machen die Leute draußen in die Welt, wenn wir sehen, in die ganzen Gräber, die leben so, wie die Welt lebt, wie die Welt da draußen lebt, mit Sündhaftigkeit, mit Ungerechtigkeit und, und, und. Und die sagen alle, wir gehen in den Himmel. Die größte Täuschung, was der Feind verursacht hat hier auf dieser Welt ist, dass die Menschen glauben, dass alle in den Himmel gehen. Ja. Ja. Ja, das ist richtig, was du sagst. Das stimmt. Aber ich weiß, dass... Du musst das hören, weil es hat hier, ich sag dir das auch nochmal, es ist jetzt für dich gerichtet, aber in Wirklichkeit jemand hier ist auch versteckt. Und jetzt mit diesen Worten, wo er hört, kriegt er schwitzen und große Probleme beim Schlafen heute. Aber das wollte der Herr heute bewirken, weil wir wissen nicht. Weil da wird der Feind kommen und sagen, Herr, siehst du, wie viele Jahre die in Sünde leben? Er geht und verklagt euch. Er hat offene Türen in eurem Leben. Er geht und verklagt euch, Herr, siehst du, deine Kinder, wie die leben? Schau, was in deinem Wort steht, Herr. Er nennt Jesus auch Herr, der Teufel. Und sagt, schau, wie deine Kinder leben, Herr. Und sagt der Herr, ja, gehst du, kannst du sie schlagen, weil die haben offene Türen. Und die haben Anrechte dann in uns, wenn wir offene Türen haben. Das ist es. Und das macht dem Herrn traurig, dass er sieht, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und der Teufel macht dann mit seinen Kindern, was er will. Das ist es, was dem Herrn traurig macht. Und der Herr weint. Ich bin aber kein Kind des Satans. Amen. Nicht nur der Satan, Satan, Satan. Wir sind auch verantwortlich. Weil wir wollen gerne alles in den Satan schieben. Der Satan hat meine Frau verführt. Der Satan hat dies gemacht. Nein, wir sind auch selber schuld, Christ. Wir haben Verantwortung. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Gott hat uns... Ja. Okay, danke. Wenn Gott uns genug Gnadsgaben gegeben hat, dann hat er uns auch genug Verantwortung gegeben. Also umso mehr Gaben wir haben, umso mehr Verantwortung haben wir auch. Richtig? Also es geht nicht um Gaben und Verantworten oder was auch immer. Es geht darum, wir haben einen Glauben. Also ich verurteile dich nicht, weil ich auch nicht verurteilt werden will. Amen. Aber wir haben eben trotzdem eine Schrift. Und wie gesagt, wieso, warum, das dort sind Sachen, die eigentlich für mich irrelevant sind, weil Gott sieht ins Verburgene. Gott sieht alles. Die Engel schaut zu. Und ich habe dir gesagt, was ich sagen muss. Und das ist, dass du heiraten musst, dich taufen lassen musst, Gemeinde suchen. Das werde ich tun. Du heiraten, Bruder. Jetzt, wie lange du dann in dieser Sache bleiben willst, ist dann deine Entscheidung. Weißt du? Also ist dann deine Entscheidung, mein Bruder. Ob du ringst oder keine Ahnung, weißt du, was dich daran hindert? Wenn du sagst, Geld ist kein Problem. Dann hindert es eigentlich gar nichts. Das Ding ist, wir wollen in ein anderes Land, das ist die Wahrheit. Ja. Wir wollen in ein anderes Land ziehen und da, ja und da wollen wir das machen. Ja, aber wie gesagt. Aber das hat Gott gemacht. Genau. Aber wie gesagt, wenn Gott das segnet, in der Bibel steht auch geschrieben, wenn du etwas vorhast, wenn ich noch lebe und Gottes will, verstehst du, du hast deine Pläne, ja. Wie gesagt, ich hoffe, Gott segnet, dass du in ein anderes Land gehst und dass du dort heiraten kannst, mein Bruder. Was solltest du dir sagen? Was solltest du? Davon bin ich überzeugt wieder, Luca. Amen, Bruder. Wenn du überzeugt bist, Bruder, dann ist gut, wie gesagt, zur Gemeinde lasst dich taufen und Bruder, viele Grüße dann an dieses neues Land, in das du gehst. Viel Spaß dort, Bruder. Mehr kann ich nicht sagen, weißt du, weil, wie gesagt. Ich in der Stelle hätte ich morgen aufgestanden und sofort Termin gemacht im Stadtesamt. Dann hätte ich dies und jenes. Wenn ein Bruder und eine Schwester, ich in der Situation, meine Freunde, ich sagte das, weil ich liebe im Christus. Und hätte ein Bruder mir die Augen so heute aufgemacht und ich hätte meine Sünden jetzt erkannt, dass ich 14 Jahre in dieser Sache drin lebe und der Feind hält mich da ganz fest gebunden. Dann hätte ich gesagt, Herr, ich warte bis heute morgen früh wird, morgen ist Donnerstag, im Rathaus mit meiner Geburtsurkunde. Das, jenes Termin. Ich hätte gesucht im Internet in einer Gemeinde. Wäre ich reingestürmt, hätte ich den Pastor genommen. Bitte komm her vor Gott und von Tess. So schaut mein Lager aus. Tess und jenes. Tess, Tess. Ich hätte das organisiert. Der Herr ist meine Zeuge. Tess und Tess und Tess. Innerhalb von 3 Tagen oder der Termin statt. Samt wie das, hätte ich das sofort gemacht und ich hätte nicht das lassen. In ein anderes Land, das andere Land vielleicht in sechs Jahren und es hat nicht geklappt und dies und jenes und wir wollen das machen und das ergreife deine Chance. Heute hast du die Worte gehört, mein Freund. Danke dir. Ja, ich danke euch. so ich lasse euch jetzt wenn ich noch da bleiben darf dann bleibe ich halt noch gerne du bereit ist uns freude wir haben friede mit ihr jan es ja bitte ich habe dir was geschickt aber ich weiß ob diese person noch da ist okay ich habe geguckt waren sie was er bei sich hat waren sind wieder diese mohamed musst du komplett sperren der damit das sind solche gruppe die man sich sammeln und leute spüren er kommt jetzt und sperrt die leute da war ja der kommt und sammelt sammelt sich mit seiner gruppen und geht zu den christen und spätchen blockiert ja so ist richtig damit er nichts melden kann oder schränke nutzt behauptet gerne sie wirklich später einfach so ja natürlich wenn die mich melden wir haben doch nichts unrechtes gesagt gesperrt ohne ohne grund die melden sich einfach mit mehreren leute und dann bist du weg wieder ich bin drei minuten zwei minuten online und ich sperre mich ja ich habe gesperrt aber man darf doch die wahrheit sagen oder ist es auch schon verboten ich meine manchmal kann man nicht mal in den kommentaren rein schreiben was jesus sagt und das finde ich schon wirklich 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 gefährlich man kann nicht mal sagen dass jesus gott und der herrige geist 1 ist oder irgendwas nichts das wird direkt also wieder gesperrt wie kann ja hier dass das egal wenn du in christliche streams drin bist und ich schreibe jesus gott und so manchmal geht es gar nicht mal janis ich verstehe diese tiktok nicht man darf nicht mal mit die wahrheit sagen tiktok ist ein segen und ein fluch so gleich das ist einfach so ja janis bist du noch da ich bin da hörst du mich ja ja ich habe mir von diesen typen account sein account angeschaut jetzt weiß ich wer diese ganze videos verbreitet hat das ist wirklich schön jetzt schaut gerade aber der jesus hat ja schon gesagt wenn ihr in meinen namen willen verspottet werdet oder das sollten wir uns glücklich schätzen hat er ja in seinem wort gesagt ja das ist es so ich bin auch schon lange in tiktok aber ich habe noch niemanden beleidigt noch gar keinen niemanden egal auch wenn ich beleidigt wurde ich habe niemanden noch nie beleidigt hier ich bin nicht so ein mensch einfach das ist einfach die welt ich kann das nicht wenn die jesus hinein lebt dann kann man das nicht mehr ich weiß nicht warum aber es ist stoppt mich gott und sagt stopp sag gar nichts dazu wieder kannst du diesen orthodoxen hoch einer kommt nicht aber schon gerade abgestimmt was sagst du dazu wieder locker mein bruder dazu kann ich kann ich nur sagen dass ich ein sünder bin jeder ich auch jeder soll sagen ich brauche lang also wenn man mich kennt man mich lang verfolgt hat und so das ist so ich bin sehr ein ruhiger mensch aber irgendwann verliere auch mein geduld und das ist es habe ich arbeite auch mich tagtäglich weil ich so denke ich habe mich viel verbessert sagen wir mal so das stimmt du bist nicht mehr so aufbrausend wie früher oder so ist es nicht mehr so ich habe das schon ich verfolge das ja auch und je mehr die anderen dich irgendwie keine Ahnung demütigen wollen um so gelassener bist du und das regt sie noch mehr auf so ist es halt einfach schon immer gewesen Tiktok hat uns auch verändert siehst du ja das ist ja so Tiktok zum besten wie wir vor zwei Jahren waren eigentlich ist es der Jesus der einen verändert weil zu dem man kommt alles gewissen hier drin in Tiktok aber wie man ist kann man zum herrn kommen egal wie man ist kann man zu ihm kommen er verändert einen seine liebe verändert einen menschen seine liebe wenn ein Mensch der mich jetzt kennt jetzt kennen würde würde sagen das bist nicht du das ist dein Zwillingsbrüder wer ist das der hier also wie kannst du mit denen so reden das ist das ich war für ein anderer Mensch aber nach nachdem ich wieder lebe und Jesus mir mein Leben wieder gegeben hat ich bin ein komplett anderer Mensch komplett anders und ja jeder hat Fehler und ich verstehe eins nicht wie können manche sagen ja Maria hatte keine Sünden ich kann es nicht verstehen weil Jesus hat gesagt jeder Mensch hat Sünden jeder Mensch also wenn Maria auch ein Mensch war dann hat sie ja auch Sünden gehabt oder nicht oder das verstehe ich das irgendwie falsch das werden wir einen anderen Tag vielleicht ein Thema haben wir schon öfters mit wieder locker das hier die letzten Monate gehabt mit die Erbsünde und mit Maria haben wir öfters das Gespräch gehabt aber jetzt darf ich etwas dazwischen sagen es ist sehr frisch und ich es ist eine kleine Krieg aber wir sind hier nicht die Polizisten sondern unten fragt jemand ich habe eine Frage sollen Christen Israel unterstützen weil jemand hier in Tiktok und nicht nur jemand eine sind mehrere Personen die verbreiten die Ersatzlehre und die besagt dass die Juden die Israeliten nicht mehr das Volk Gottes ist und die haben diese Vorrecht verloren und das sind wir Christen auf einmal sind die Kirchen und so weit und so fort wird hier gepredigt und es ist ein großer Kampf zurzeit hier in Tiktok und noch etwas diese Leute sagen auch die ganze Bündnisse hat Gott aufgelöst mit die Israeliten und heutzutage die Israeliten sind nicht mehr die Juden sondern sind Zionisten haben diese Lehre von den Muslimen übernommen aber wenn wir in Psalmen sehen und lesen steht der Herr der Gott ist Gott Zions also es gibt keine Zionisten eine extra Gruppe das haben die Muslime und Abu Chaka hier in Tiktok gebracht und die haben diese Lehre genommen hat die die Führung von Israel die Politiker sind Zionisten und sind keine Juden das ist eine Lüge und ich werde euch den Psalm gleich lesen danke aber wenn der wieder locker will aber das ist dann zu politisch und wieder locker macht diese Sache nicht weiß ich den Bruder aber in welche Richtung diese Frage geht ich weiß es nicht aber diese Ersatzlehrer haben wir auch öfters hier besprochen gemacht sind auch von uns Geschwister mit dieser Ersatzlehrer gekommen und der wieder locker weiß wer das auch war und wer das ist auch wo hier vertritt diese Ersatzlehrer aber wie Gott will vielleicht eines Tages ich denke und diese Uhrzeit diese Antwort ich weiß es nicht bitte wieder locker das machen will oder macht wenn die Leute fragen über diese ich weiß es nicht doch ob das jetzt angebracht ist um diese Uhrzeit oder diese Sachen zu verarbeiten ich sage dazu nur 1. Galater 8 1. Galater 8 sage ich nur dazu und ja die verbreiten auch ein anderes Evangelium was wir kennen und dann wird Gott zu Jesu Rechten halt denke ich die wo das verbreiten sind Christen auch die die sagen es sind Christen aber die haben diese Ersatzlehrer ja aber hast du gehört wie der locker will jetzt diese Antworten oder diese Fragen nicht beantworten es in seine Chat ist nicht angebracht danke es geht nicht darum ich habe ihn politisch nicht da nicht zu tun ich kann nicht damit mitreden was soll ich dazu sagen aber denke ich schätze diese Lehre auch grüßen wir die sieben Bündnisse von Adam von Moses andere von Abraham dem Bündnis mit David haben wir schon zu sagen Bruder aber wie du sagst es ist vielleicht nicht angebracht jetzt wieder hast du uns Frühstück Philosophie gebracht oder was genau ja ja ich bin ich ich vertrete gerade Paulus er schrieb mir so philosophisch aber ich habe eine Frage an euch Menschenrechtler fühlt ihr eigentlich mit den Menschen mit in den Palästina mit oder sind die euch egal meine Gegenfrage fühlst du mit mit diesen Leute mit den Leuten die Palästina ich fühle nicht nur mit ihnen ich fühle allgemein mit allen Geschöpfen die denen Unrecht geschieht aber ich frage euch und wie nimmst du diese Fühlung wahr wenn du sagst du mit einer Person in Australien oder mit einer Person in Amerika kannst du uns diese Fühlen so realistisch machen dass wir es verstehen dass du so viel Liebe hast für die ganze Welt und für die ganze Schöpfung wie ist diese Fühlen kannst du uns das sagen? wird das eine Therapie Session hier oder was versuchst du gerade? genau das ist aber hast du das abgehört? auf einmal fühlst du mit den Leuten in der Salonika was für deine Nachbarn kannst du nicht fühlen wo deine Nachbar wenn du drei vielleicht vier Wochen nicht gegrüßt hast ein Beispiel wir wollen wissen deine Fühlen deine wunderbare Scheinheiligkeit bring das ans Licht hey Kollege Kollege guck mal du kannst in Russland mit deinen russischen Freunden so reden lass uns mal nochmal hier reden ja Yannis dann rede mal normal wie ein Mensch wiederholt sich nicht achtmal wie so eine Platte die am hängen ist ich rede wie ein Mensch rede du normal wie ein Mensch du wiederholst dich ja achtmal wie soll man ja warum stummst du nicht mit der Lose? ich habe nicht gestohnt denk mal du stummst nicht du hast was wenn ich stumm ich habe auch nichts damit alles gut alles gut alles gut also was ich raus denke ich habe keine Möse ich habe keine Möse Janine du hast doch gerade gesagt wir sollen normales nur in Gefahr Janine 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 was ist für ein behinderter Mensch ey 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 du beleidige nicht die ganze Zeit krank oder so? ey Schau mal beleidige nicht denk den Knack du hast beleidigt jetzt gerade natürlich hat sie gerade beleidigt er ist ja dumm wie dumm ist er denn eigentlich er hat dich nicht beleidigt warum beleidigst du? danke Jerry mach das nicht aber nicht zu dass er unseren Bruder beleidigt ich will mit ihm sprechen nein du kannst ihn noch aus sprechen komm herauf gehts mit dem das geht nicht herauf mit dem einfach du mit behindert versorgtes wenn er den herr beleidigt ich bin auch nicht wenn er den herr beleidigt ich bin auch nicht wenn er den herr beleidigt dann lass mich ein kick lass doch mit dem mit dem typen reden ja der ist ja wahnsinn ja lass mich schnell mit ihm reden krass Mann ja holt ihn wieder hoch weil das ist echt unversorgend finde ich ich meine er hat ja nur eine normale Frage gestellt ob wir ihn mitfühlen oder? und ich sage ja ich fühle mit jedem Menschen mit dem sowas leid geschehen mein Gott man ey ihr solltet alle Tee trinken ehrlich ja schon mal ganz ehrlich also denk nach warte ich noch warte ich noch warte ich noch warum beleidigst du den Bruder? ganz einfach willst du eine Antwort haben? ja ich will eine weil ihr seid die hasserfülltesten ungerechtesten satanisten die man je treffen kann ganz einfach ey Jerry Jerry lass mich bitte mit ihm reden Satan Satan bist du persönlich lass mich bitte mit ihm reden ey Jerry wenn du ein Mann bist schick mir deine Adresse schick sie mir wenn du ein Mann bist schick sie mir schick sie mir im privaten schick sie mir schick sie mir du bist du wie Satan mit dir redet ey Jerry Jerry bitte Jerry bitte du kleine Ratte schick sie mir lass ihn reden Jerry einer Wurm jeder soll hier dringend sehen wir waren hier in Frieden was du Ratten hier seid ich kam hier hoch hab mit dir ganz normal gesprochen dein kleiner russischer Freund hat acht mal die Frage wiederholt könnt ihr keine Antwort geben dein Kollege Zist ganz kurz dein Kollege Zist hat doch ganz einfach ganz kurz gesagt hey ich habe dich gefragt lass mich meinen Satz wenden lass mich meinen Satz wenden lass mich meinen Satz wenden du Satanist darum denkst du Satanist ey du bist der Teufel du lässt mich ja nicht mal reden du dummer Mensch ey du bist der Teufel beleidige weiter jeder sieht jeder sieht dein Charakter jetzt du bist ein dummer Mensch genau ich bin dum bravo bravo ich bin dum genau gut fühlt ihr Mensch fühlt ihr mit mit diesen Menschen dort ja 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 ey 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 wie kannst du fühlen wenn du selber ein Satz wenden bist wie kannst du fühlen warum könnt ihr nicht antworten wie euer bruder christ geantwortet hat ich will antworten nein du hast kein antwort verdient du hast kein antwort verdient ich bin in zwei wochen in der schweiz sag du hast du hast kein antwort verdient lass uns treffen warum soll ich mich mit dir treffen ich will ich will ich will warum soll ich mit dir treffen ja dann kannst du alles wiederholen wenn du vor mir stehst was soll ich wiederholen was soll ich wiederholen dann kannst du genau wer du bist wer denkst du wer du bist du redest du wer du bist wer denkst du wer du bist ich bin ein niemand ich bin ein ganzer also wenn ich dort stehe kannst du mich noch mal fangen weil ich bin ja wer denkst du dann kann du alles wiederholen dann kannst du alles wiederholen sei doch einander ich finde es schön ich finde es schön dass du dass du das so tust es ist noch schöner wenn ich vor dir stehe ja ey niemand hat Angst von dir denken ja wenn du eben wenn du keine Angst hast niemand hat Angst von dir denken ich lasse die extra reden ich lasse die extra reden sag mir wo bist du ja ey du bist nicht für mich denkst du du bist doch ein Mann du bist nicht sag doch wo du bist für mich denkst ja genau wenn ich ja nicht für dich bin dann hast du dir Angst ich muss ja nicht mit dir machen ich habe keine Angst von dir okay dann sagt mir wo in der Schweiz ich habe keine Angst von dir ich möchte mit dir einfach nur reden ich habe keine Angst von dir ich muss mit dir nicht reden von Angesicht zu Angesicht wie Männer das machen ey niemand muss mit dir reden in dem Fall du bist es nicht wert mit dir abzuwenden du bist doch kein Mann du bist doch kein Mann wieso redest du denn mit den Leuten von Männern und mit deinem Mann die am Telefon du bist es nicht wert du bist es nicht wert ja hört so niemand hat Angst von dir ich muss mit dir nicht abmachen ich bin nicht schwul verstehst du ich bin nicht schwul ich stehe auf Frauen ja ich stehe auf Frauen ich stehe auf Frauen das ist aber mega Gott mega Gott dich und deine Familie segnen schau hast du deine Frau du kannst weiter lügen du kannst du jeder sieht hier deine Gesinnung und wieso schlägst du die dann wenn du sie segnen wenn du sie segnen wolltest jeder sieht hier deine Gesinnung und das ist schön weil hier wird auf wer hat deine Frau geschlagen du oder ich hier wird aufgenommen und das wird ein schönes Video weißt du ganz schönes Video und darum wollte dass die Leute hier durchgeleitet wer hat die Mutter seines Kindes geschlagen du oder ich ja natürlich der Frau Schläger bist du hier warum hast du sie das Fauch zeigen wir werden jetzt das video zeigen wie du eigentlich die frauen deine eigene ehefrau geschlagen beantwortet den leuten die leute hier sehen dass alles dass er ein verrückter sie nicht geliebt warum ich werde zeigen werde hier das ausschläge misstrauen feindlich wieso hast du geschlagen wir werden sehen werde hier der frauen schläger hast du ja ich finde das video alle wieder das video damit jeder sehen kann wer hier eine frau geschlagen der menschen zu belegen eine ganz eine ganz einfache fragen wieder locker hast du deine frau geschlagen ja oder nein jeder sieht hier wie krank du bist du angeschlagen den knall und nimmt dich ernst den knall den knall ich will was sagen okay dann machen lauf los es macht nicht alles besser du hast dich lange jetzt mache ich den stumm so willst du eigentlich auf andere menschen wenn du eine frage ist schon gut bruder schon gut ich habe christ ich habe immer das extra weißt du ich werde das aufnehmen verstehst du dass ich verleumdung und rufmord was er hier die ganze zeit schon aus dass ich verleumdung und rufmord und es ist sehr gut dass es aufgenommen werden außer jerry spricht nur so das problem ist wieder okay aber dann gehe ich wiederum städte die fragen er städte fragen siegen er hat selber die erfahrung eine frau geschlagen zu haben und hat diese gedanken in sich verstehst du das ist so ein philosoph der selber probleme wie diese ganze sachen hat er hat keine gefühle für die menschen er ist gesteuert von einem satan ja und lebt mit satan persönlich deswegen versuchte hier menschen soll zu drängen oder dazu zu täuschen indem er sich aufzwingen philosophisch dass du das mit einer frau hast aber selber hat er frauen geschlagen selber hat hier von frauen geschlagen schaut euch mal er hat jeder weiß dass er die die frauen droht auf facebook dass er frauen droht auf instagram wie kennen die videos vor ihm dass der video bin jetzt um suche finde ich leider nicht ich habe irgendwo anders ihr muss genau schauen wo das video ist aber die leute die das sind kennen dass die leute die das in gewissen diese quelle woher das kommt verstehst ja dieses ursprung obwohl wir das nicht gerne wollen hier erfolgt sein prophet erfolgt sein prophet genau das ist lügen täuschen hat uns empfohlen gesagt aus der liebe zu die feinde lieb deine feinde und jeder der die vertreibt auch liebt ihm antwort und wenn wir jetzt schauen muslimen wie sie sie verhalten wie die muss beschimpfen dieses wut diese aggression das ganze ist natürlich wir können und wir sollten das nicht tolerieren aber trotzdem wir kennen diese quelle und wir beten für die muslimen wollt und ihr wollt und es bringt diese menschen ist normal aber lassen extra hier damit er hören kann wer kann die bibel lese jerry nutze wir aus und lesen wie die bibel jerry machen wir ein exorzismus hier rücke wie bei sein prophet gemacht wurde bei mohammed wurde auch rücke gemacht ich bin dabei ich muss auch gleich zur arbeit du wolltest frühstück bruder ja das ist das ist ein philosophischer oh mein gott ich mache nachher schönes video wenn ich das abgebrochen habe einfach nicht normal unmöglich echt unmöglich ja wie er das alles ernst genommen hat die aggressiv ist weil er keine keine heilige geist hat versteht er hat sein wahres gesicht gezeigt er hat die sachen erwähnt der selbst er so ist er hat selber damit zu tun zu kämpfen und und versteht ihr spricht den anderen sein spiegel ab ja wir dürfen einfach nicht vergessen dass wir nicht gegen fleisch und blut kämpfen das ist ein spiegel gottes seger ja schon lang war schon angenehme gespräche schön fast am einschlafen und jetzt hat er wieder alle wach gemacht unmöglich wie diese menschen sind die lüge schau schreibt der unten ist ja ich bleibe dort war da jetzt so was ich schreibe das kann er machen wieder laufen lassen ich schreibe wieso es soll zu hören zu hören solle nein das wird er nicht machen so ihr lieben und ich würde das kind ich wünsche euch allen gottes segen auch den denk nach da unten denk mal drüber nach wo du deine zukunft verbringen wirst er hat mich hoch genommen ja bei ihm im stream da habe ich ganz ruhig ganz normal mit dem gerät und dann hat er mich aufgezwungen etwas zu sagen habe gesagt dass er erst mal ruhig bleiben soll ich rede so langsam und das hat ihm nicht gepasst hat mich sofort gekickt ja bruder wir sehen da seine gesinn und der ganze zeit sagte kommt in der schweiz treffe wie um studiert treffe mir und schickt eine adresse also einfach nicht nur mal so ja wieder so ist es der wollte man gegen seine religion mit dem gewalt das ist das schlimmste ich habe gesagt der sonne aus der brug kommen kein problem das schlimmste ich für was ich war ein treffender kaffee trinken schaschle grillen und ein bisschen schweinefleisch und dann kriegt er bis zum wort dann ist er wieder genau er kommt und soll sich auf was auf dich auf er mannt dich näher drogen gehen so naja lassen wir halt die bibel oder wie mir sicher wenn man ihm begegnet auf die straße der dreht durch ne der rinnt von dir weg ich weiß nicht ob er weg rennt bruder das ist schon unwirtig bruder diese menschen denken weißt du sie müssen drohen weißt du sie können uns angst machen er hat schon aus heimat leute aus albanien leute provoziert dass sie sich trefft der albaner oder er hat die schon provoziert sag ihn auf albanisch schwey mori schwey 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 sag ihm das das thema das thema hast du gebracht ich wollte aufnehmen habe gedacht wir können bibel lesen normal reden weißt du aber dann ist wieder eskaliert hier aber ich fand janes seine frage richtig gut ja der folge der folge und durchdrehen nicht gepasst er war genau in seinem weiß in seinem niveau sogar bisschen drüber das hat ihm nicht gefallen ja das war genau in seinem philosophischen niveau nur ein bisschen drüber und das das hat ihm geärgert weißt du ja er ist böse geworden jetzt ja ja es ist ein bisschen weiter als er und das sind dass das deswegen konnte er nicht antworten die spät geworden die an ist wieder ein nein das nicht böse geworden der wollte eine einfach nicht hören jetzt muss ich ja so arbeiten ich muss jetzt schlafen ok bruder gottes segen gottes segen gottes segen luka macht schaschlik jetzt denn schalom jesai hat sie doch schon gesagt ja wir haben gesagt wie geht es dir welche bibel ist jerry keine ahnung wie ich das empfinden soll gerade verarbeitet gerade noch was hier gelaufen ist das ist immer so so nachdem nach dem morgen gebet gelten wieso meistens um vier fünf uhr ja jetzt danke dir dass du das gemacht hast du hast du hast ihn philosophisch zerstört das wird ein gutes video weiß ich habe gedacht das muss ich unbedingt so schneiden weiß ich wollte er die voll durchdreht ja er konnte mitgehen als nicht nur seine sinnen er war betrunken hammer gemerkt ja er war bis in der um halb fünf bis in der gibt bis in der viele zippur oraki getrunken ja gut möglich ja hast du nicht gesehen er konnte seine sprache nicht kontrollieren seine zunge normalerweise ist noch wenn er nüchtern ist man merkt es ihr seid es da und bissel durch einander und dann hat er seine eigene worte seine zunge bis weg im bissen ich habe das gemerkt mit den dressen ich habe gedacht er ist kugel er arbeitet in kugel er möchte datenschutz alle adressen haben wo wir sind und ich habe mir vorgestellt während er so sprach weil viele flüchtlinge und viele von ihnen und viele viele sind die tor nach europa durch griechenland und bis heute ist noch nie passiert die letzte 15 jahre in griechenland dass jemand diese sachen was er hier gerade gemacht hat wäre das in griechenland gewesen und er hätte das in eine live oder irgendwie so wie wir heute hier waren und hätte diese sachen gesagt und die andressen gesucht nur gott weiß es aber weißt du was ich mir gedanken gemacht habe und traurig finde die wissen wo sie das machen und hier in deutschland haben die muslimen von die deutschen und die christen in deutschland den schneid abgekauft diese worte was er alles hier heute gesagt hat mit andressen und dies und jenes hätte sich nie getraut und keiner von denen traut das zu wenn in griechenland ist in eine tik tok live dass er so sich verhält und benimmt er hätte von alle personen live die andressen bekommen aber nicht nur das sind alle bei ihm gegangen um sein andresse zu finden und ihn zu suchen und das sehe ich hier in deutschland die wissen was sie machen die haben die christen eingeschüchtert haben den schneid abgekauft und die spielen sich hier wie zuhälter und türster ich hätte mich gewundert und mich während dass er das macht dann sagte ich in meinen gedanken vor hätte das in griechenland das so hier gemacht ich will das hier nicht sagen in tik tok sportlicher aber hätte es hat das nicht getraut aber warum sieht das hier in deutschland so eine sache sich trauen muss irgendetwas passiert sein dass sie sich alle hier in deutschland auch eine 13 jährige muslim junge spielt sich ob der der hulk und der rocky balboa ist ich weiß nicht wo wo sie diese kraft hier in deutschland nehmen danke ja was soll was soll man wenn man wartet sie wartet alle ab wie ist die muslimen übernehmen jerry danke jerry hast du recht wieder locker und du seit ich dich kenne hier in tik tok du predigst diese sachen wacht auf wacht auf aber keiner nimmt das ernst hahaha das wird niemals geschehen hahaha du hast gepredigt öfters vorsichtig durch die geburt passiert dies und jenes jede statistik sagt in deutschland dass jede eine mädchen oder eine frau junge mädchen junge frau in deutschland ihre zweite freund ist schon ein muslimischer freund auch dies und jenes aber die nehmen das nicht wahr die lachen hier die alle hahaha in den chat hahaha und du predigst das seit wie viel monate hier vorsicht vorsicht eines tages rennt hier aber ihr werdet es nicht schaffen so schnell zu rennen weil das ist eure heimat ich als grieche gehe ich in griechenland die brasilianer geht in brasilien die afrikaner in afrika sowieso wird uns eines tages die neue regierung uns alle langsam langsam schicken aber wo werden die deutschen gehen das ist die frage für euch alle hier in deutschland danke ja bruder so ist es aber ja was soll man machen nichts bruder wir warten weiter bis er hat auch zu den juden gesagt eigentlich konnte eigentlich schickte in den zweiten weltkrieg solche aufnahmen nehmen bruder anzeigen weißt du wie verleumdung und rufmord drohung die öffentlichkeit wir geben dem herrn diese ganzen worte wir sagen uns los weil er flucht uns indirekt wir sagen uns los von alle fluche was die leute bei uns aussprechen sowieso kam keine flucht auf uns hat keine wirkung aber dass die stören uns diese worte in unsere gebeten unsere glaubensleben in unsere friede in unsere gesinnung in unsere gedanken arbeiten diese worte weil worte haben wir gehört haben kraft und das sind angesprochene worte von geister und dann müssen wir dann später im gebet denken wir an ihn oder die ganze zeit ärgert sich der mensch wenn ich ihn erwische und machen und du und das und dann sagt der herr und dann muss man wieder buze machen vergib mir herr für diese gewalttätige gedanken was ich gegenüber dieser person habe und 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 dann führt er uns in versuchen das ist einfach der trick dass wir uns einfach versündigen das ist die taktik des feindes und ja wir müssen lernen mit diese leute nicht zu lassen wie kesegnet wartet wie wie wunderbar wer weiß was für andere worte der herr uns gegeben hätte und dies und jenes aber wie sagt man das ab und zu mal in uns drin der kriegerische alte ich will bisschen kämpfen eigentlich zeigen die uns damit nur dass wir alle auf dem richtigen weg sind ja wissen wir das nicht denn wäre wären wir nicht mehr gefahr für satan würde der gar nicht rebellieren und das ist doch eigentlich wieder schön ich brauche mich nicht von jemand so auch das ganze paket dass ich erkennen und verstehe dass sie so und so und so und so das ist einfach so hätten wir nicht nötig wir wissen dass nicht zweitemal wenn ich zwei dreimal heiße offen berühre dann verbrenne ich mich dann habe ich in die vergangenheit schon viele kämpfe gehabt jetzt ist besser jetzt vielleicht sind fünf minuten wo ich mich mit dem person ärgere und dann gehen diese gedanken und die sehr gern ist weg von meine herzen und wenn die länger bleiben bringe ich von meinen zwei tage ist weg aber sind andere leute hier im chat vielleicht haben sie ganze woche kämpfe warum sollen wir das zulassen dass diese person andere geschwister von uns die nicht so nicht so wie soll ich sagen umgehen können mit solcher situation dass die geschwister kämpfe haben ganze woche und mit diese worte und dass sie sich versündigen in ihre gedanken und dann kommen weißt du was für gedanken gewalttätige ich werde in parken machen hätte ich die andresse gegeben und dessen selbstgesprächen gedanken geschieht alles und der mensch dann ist traurig ist niedergeschlagen und machen wir einfach der plant des feindes die türen und die toren auf und auch eine rote teppich soll nicht so weit sein wir sind wir müssen lernen aus unsere fehler wie es wir müssen keine dumme christen seien christen sind kluge menschen danke ja da ist es soll hätten gerne abgemacht hätte gerne gesagt ok aber besser nicht also bringt so nix ich mag es wie jannis immer seine ansprachen hält dass die leute zu hören überhaupt nicht zu hört und auch ja weil es ist nicht normal dass jemand den anderen hört und haben auch keine erwartungen deswegen bedanke ich mich immer dass ihr mich auch zu hört und ja das ist er mir sie mehr nach hinten gerne auch danke dass du mich so hörst danke bruder dass du auch für mich geduld hast dass ich für dich geduld habe und so ist das und so ergänzen wir uns und so macht uns der herr schritt für schritt schritt für schritt und nächstes mal vielleicht bleibt das ärgernis nur zehn mit zehn sekunden früher hat es angefangen mit diese denkt nach hat mich viele stunden behaltet habe ich gegessen und denkt nach habe ich in meinen teller gesehen ich habe ihn gefressen und dann langsam 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 mit die zeit und dann sage ich danke herr du arbeitest in unsere herzen jetzt sind drei vier fünf minuten ist wieder weg sage ich danke herr wir geben dir die herr für alles was gutes du in unsere herzen tust ab und zu mal merken wird es nicht aber hast du gesehen wie der andere christzeugnis über dich gegeben hat hey wieder locker ich kann mich erinnern am anfang an wo vor 18 oder vor zwei jahren wäre denk nach so rein gekommen hätten wir von tik token gefressen von hier drin hätten wir seine ohren gebissen ja und dann ist das gut und zum sehen oh danke herr du arbeitest auch in uns du veränderst uns das werk was gott in uns macht ist kostbar das sollen wir nie vergessen wir geben die ehre dem herrn amen alle ehre gebürtig die atmosphäre ändert sich sofort es sei ja wo warst du gottes wochen segen euch noch einmal morgen lang nicht mehr geht ja das stimmt nein wir haben dich vermisst ja ich euch auch ich bin die ganze zeit da schon aber ich konnte mir das nicht mehr antun halt weil wenn ich dämonen spüre dann nicht ich muss weg dann ich habe keine keine ruhe in meinem herzen sagen wir so auf jeden fall strafus wollte sein 1 noch unbedingt gelesen haben wir dürfen einfach dem dem satan keine plattform geben und erst recht den muslimen nicht wenn sie nicht wenn sie nicht verstehen dass jesus auch für sie gestorben ist war jesus zwingt einen nicht und sagt du musst an mich glauben nein er sagt wenn du mich liebst dann glaube mir dann glaube mir wenn du mich liebst dann dann kommt kehre um zu mir aber er zwingt nicht gott zwingt niemanden und bei gott geschieht nichts unter zwei gar nichts jesu christina christ machte keine sorgen der herr wird sie alle schon ich hätte was gelesen aber ich muss leider runter gehen und muss auf dem weg mich ja 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 schau mal schau mal was aber das war vorsichtig er hätte gerne was gelesen habe ich muss jetzt gehen gottes reichen wegen jerry warum liest du nicht bis und gestern jerry jemand muss in deutschland arbeiten ich kann euch auch ich habe nur die hoffnung für alle halt wenn ich jetzt übernehmen darf dann würde ich jetzt auch gerne machen darf ich okay ich schließe ich mal was vor kurz denn so sehr hat gott die welt geliebt dass er sein eingeborenen so gab damit jeder der in glaubt nicht verloren geht gott hat sein so nicht in die welt gesandt damit er die welt richtet sondern damit die welt durch ihn gerettet werde glaubt wird nicht gerichtet aber wenn ich glaubt ist schon sein gericht selbst entschieden kann ich den zahlen eins lesen wurde wo der strauss gesagt hat er gerne okay war es glück glücklich ist wer nicht den rat gottloser menschen folgt wenn nicht mit zünden auf eine seite steht wenn nicht mit solchen leuten zusammensitzt die über alles heilige herziehen sondern wer freude hat am geschehen geschehen sondern wer freude hat an dem gesetz des herrn und darüber nachdenkt tag und nacht er ist wie ein baum der nah am wasser gepflanzt ist der frucht trägt ja für ja und dessen blätter nie verwelken was er sich vornimmt das gelingt ganz anders ergeht es allen denen gott gleichgültig ist sie sind wie spreu die der wind verweht vor gottes gericht können sie nicht bestehen weil sie seine gebote missachtet haben sind sie aus seiner gemeinde ausgeschlossen der herr war über den weg aller menschen die nach seinen worten leben erwacht schuldigung wacht über über alle menschen moment moment ich bin verrutscht weil sie seine gebote missachtet haben sind sie aus seiner gemeinde ausgeschlossen der herr wacht über den weg aller menschen die nach seinen worten leben doch wer sich ihn trotzig verschließt der läuft in sein verderben das wollte strafe sagen schon die ganze zeit vorgelesen haben aber eigentlich der denker der hat alles zerstört ja ich vielleicht mein schuld die habe ich hoch genommen ich wollte das eigentlich nachdem mir gegangen ist vorgelesen haben wegen vers 2 glaube ich oder 3 ok 2 oder 3 also du hast 1 eigentlich gesagt wir haben 1 warte mal ich kugel das kurz ja 2 und 3 kann ich auch lesen gar kein problem 1 moment schlachter ein augenblick ich habe es gleich wie gesagt ich habe nur die hoffen für alle sonst 1 wie es ist 1 wohl fest 1 wohl dem der nicht wandelt nach dem rat der gottlosen noch tritt auf den weg der sünder ok und jetzt noch sitzt wo die spötter sitzen darauf wollte ich mein augenmerk richten noch wo sitzt wo die spötter sitzen ein mensch der sich so oft mit dem evangelium beschäftigt hat die frohe botschaft so oft gehört hat und kommt und gibt solche sprüche ist ein spötter für mich und deswegen gehe ich immer wenn er kommt ich will keine gemeinschaft mit spöttern haben da fühle ich mich unwohl und das wollte ich nur mitgeben nachdem aber er nicht mehr da war genau ja ich habe halt dämonische geister gespürt irgendwie und deswegen bin ich gegangen weil ich kann nicht gleichzeitig mit dämonischen geistern am tisch sitzen und mit unseren brüdern an einem tisch dass das kann ich nicht ich kann das nicht und das ist ja bekannt dass denn denkt nach also menschen manipuliert ohne dass ich ihn liegen wie verurteilen will aber ja man hört es so ja wenn wir gott in seiner familie segnen das ist das einzige was noch sagen kann oder das problem ist jesus ist auch für die muslime gestorben aber wenn sie nicht annehmen dann dann kann kann man sie nicht dazu zwingen das geht halt nicht weil gott hat jeden menschen seine freie entscheidung gelassen seinen freien willen sogar den engeln sogar ein drittel der engel sind ja gefallene engel vom vom himmel und haben sich für den widersacher entschieden und nicht für gott aber gott hat ihnen ihren ja ihren weg gelassen aber die konsequenzen die müssen sie jetzt dafür spüren und es ist auch ein trugschluss zu glauben dass der satan irgendwie wie ein wasser sich wie ein monster aussieht oder was ich glaube nicht dass gott seine geschöpfe auch den satan nicht irgendwie zu einem hässlichen monster macht und hier auf diese erde schmeißt wie es gottes wort sagt ja ich bin davon überzeugt dass dass der satan kommt ja auch als engel des lichts in der endzeit und wie ist es leichter zu sagen ja ich bin ein engel des herrn um die menschen zu verführen oder wenn er als böses monster erscheint vor jemandem und sagt hier ich bin ein diener des satans dann rennst du eher davon als wenn du getäuscht wirst weil seine stärkste waffe und satan seine stärkste waffe die es gibt ist täuschung und dass er dir einreden will du hast noch zeit du kannst dich schon bekehren aber du hast noch zeit mache es mal erst mal alle anderen sachen und dann kannst du dich irgendwann bekämen und dann nimmt er dir irgendwann dein leben und das war's du kannst dich nicht mehr bekämen das ist eine falle einfach ja wie soll ich sagen ein christ muss halt erkennen bekennen nach vorne sehen wenn ein christ erkennt bekennt und nach vorne sieht dann hat er alles richtig gemacht denn im satan gehört die vergangenheit er kommt immer wieder mit leuten aus der vergangenheit immer dann wenn du mit dem herrn jesus noch noch enger verbunden sein willst genau dann bringt er jemand aus der vergangenheit und will dir wieder dein leben zerstören aber du musst einfach sagen nein zeit an ich gehöre jesus und jesus lebt in mir und dann dann kannst du das leichter widerstehen halt wie soll ich sagen viele fragen sich viele fragen sich einfach ja warum lässt gott so viel sachen zu wieso lässt er so viel kriege zu wieso lässt er so viel mord zu tiktok sportlich da kann ich eins nur sagen der satan der hat ein glas in der hand das leer ist das kannst du entweder mit geist gottes füllen oder du füllst es mit dem geist des satans wenn du es mit dem geist des satans fühlst dann kommt er irgendwann zu gott wenn das glas voll ist sagte hey welcher geist ist in diesem glas frägt er so heimtückisch so hinterlistig und weil gott kein lügner ist sagte ja deiner satan okay dann gib mir sofort was mir zusteht er sagt nicht bitte denn satan ist nicht demütig von herzen demütig wie gottes wort sagt nein und seine anhänger auch nicht so erkennt man sie ob sie wirklich kinder gottes sind ob sie wirklich den heiligen geist in sich haben oder ob sie kinder des teufels sind wie die bibel sagt tiktok sportlich ja so erkennt man das und wenn das glas voll ist und der satan sagt okay ich will jetzt ich habe mir so viele preise gesammelt ich will jetzt dem sein leben haben von dem den du am meisten liebst zack ich will sein leben und dann muss gottes zulassen nicht weil es will oder weil er so ein ungerechter gott ist nein genau deswegen weil er ein gerechter gott ist weil satan sonst recht behalten würde wenn er sagt ja du bist ja ein ungerechter gott nein es ist gerecht weil wir tun er das was der satan möchte und nicht das was gott will das ist unsere menschliche natur aber wir müssen überwinden so wie jesus christus überwunden hat am kreuz von golga sein teures blut vergossen hat und wenn jetzt manche muslimen fragen ja warum musste der neue gott sterben wieso musste denn der jesus sterben wenn er gott ist ganz einfach weil bei gott gibt es keine sündenvergebung ohne blutvergießen das war weder im alten testament noch so noch ist es im mitten neuen bund so dass der jesus christus ist für uns am kreuz gestorben ein pastor zu dem kannst du gehen und sagen hey du kannst mir meine sünde vergeben dass ich dich angelogen habe sagte ja ja ich vergebe dir aber er kann eins nicht er kann nicht deine sünden auslöschen das kann nur jesus christus du kannst nur zum herrn jesus gehen und sagen herr kannst du bitte meine sünde auslöschen lösch sie aus und dann wird er es tun wenn du reumütig auf die knie gehst dann kann ja alles vergeben werden nur eins kann dir nicht vergeben werden und zwar wenn du über den geist gottes lässt wenn du das tust dann wirst du niemals vergebung finden wieder weder hier auf dieser erde noch im himmel wieder hast du espresso gemacht maschine habe ich noch nicht gehört das kommt noch gehen nachher noch mein sohn holen was donnerstag heute heute ist freitag donnerstag ja genau das stimmt gut nicht heute morgen gehst du mein freund ja das ist gut aber gedacht heute ist freitag mit mittwoch auf donnerstag habe ich schon gefreut ein gutes zeichen sehr schön wenn du diese beziehung weiterhin aufrecht hältst mit dem sohn das ist wunderbar dass der sohn weiß dass er ein vater hat wohin liebt dass sie eine freundschaftliche beziehung in die erziehung aufwächst auch von tier shirt sieht und es und jenes und auch wenn das von jesus sachen sind das ist wunderbar da bleiben die worte vom herrn in seine herzen auch wenn wir das nicht sehen da arbeitet der herr auch in ihnen und er merkt das nicht das ist wunderbar vater sohn beziehung es ist und du weißt diese jahre wo wir leben in diese generationen ja ist nichts selbstverständlich dann hast du ein gutes gewissen vor gotten vor menschen keiner kann dich verklagen und anklagen von dann überreichst du dem herrn in seine hände mehr kannst du nicht machen was wird mit dem jungen der herr weiß es aber du versuchst wie du sagst das beste hauptsache kann die feinde keine ankläger keine raum bei dir zu verklagen und sagen schau du was ein raben vater dies und jenes und verklagerei alles zu machen die munde stopfen von dann bist du ein guter vater so gut wie es geht und feierabend leben geht weiter du musst auf dich auch aufpassen du bist auch noch jung du musst auch eine neue familie gründen ein dies jenes wie gottes will wie seine plan ist wie deine plan ist das ist zusammen sich fügen die pläne und nicht die irgendwie dass die kinder jetzt immer auch meine kind mein kind mein kind vergehen die jahren und dann eines tages sagt gott bewahre aber die meisten sind so ja dann sind sie gegen die eltern und dann sagst du aber du machst deine pflicht und jeder fahrt der jesus gemacht keine fehler wenn er etwas macht keine fehler war und christ wir sind menschen wir müssen sehen und wir müssen aufpassen dass wir nicht zu übergeistlich werden weil wir sind noch menschen und daher lässt auch selber dass wir entscheidungen treffen der herr möchte nicht dass wir irgendwie in irgend so wie soll ich sagen es gibt auch christen habe ich gemerkt die sind dann zu übergeistlich werden und diese übergeistlichkeit führt zur religiösität und dann auf einmal ich habe christen gehört haben gefragt herr was wie farbe unterhose soll ich anziehen welche jeans soll ich anziehen wir müssen aufpassen und das ist sehr gefährlich heilig mit religiösität zu unterscheiden und 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 das sind sehr sehr wichtige lektionen und der herr hat uns verstand gegeben gefühle gegeben und wir müssen auch wirklich auch menschen bleiben es ist auch sehr gefährlich wenn ein christ denkt ist auf einmal jetzt etwas übergeistliche wesen jetzt und alles geistlich und vergeistlichen wir müssen bisher locker bleiben weil sonst finden auch die menschen bei uns anstoß die komische leute was sind es wie komische am anfang an meine glaubensleben war ich auch so haben die leute gesagt ja ich will mit ihr nicht zu tun haben wie bist du so komisch geworden dann habe ich gesagt herr das ist es die religiösität die menschen weil die fühlen sich nicht wohl da denken die dann denkt die person selber wir sind zu gut für diese welt oder die welt stinkt die welt ist sollte das gott bewahre wir müssen einfach erkennen verstehen wir sind einfache menschen und dass wir auch mit diese ich rede von mir christ auch öfters habe ich mich in die nase gepackt man habe ich gesagt herr ich neige auch habe ich gesagt damals gott sei dank es ist besser geworden es wird jedes mal besser immer mit diese bibel zitieren jede zweite wort der herr der herr der herr der herr habe ich gesagt was ist hier dann habe ich selber verstanden kann das sein dass es auch eine bindung ist und durch diese zu viel herr 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 und herr jede zweite wort herr herr habe ich gedacht kann sein dass ich da einen fehler mache oder eine bindung in mir zugelassen habe was meinst du damit ganz genau wenn ich fragen ganz genau als jani ich habe verstanden dass ich religiös geworden bin und diese herr 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 war das nur um mir selber eine zeugnis zu geben wie geistlich ich bin wenn ich so viel zitieren so viel dem herrn den namen bekenne jesus da jesus 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 ich habe gemerkt das ist nicht im sinne des herrn sondern das ist eine werk meines fleisches dass ich mich zeige wie geistlich ich bin zu mir selber in den spiegel am frühmorgen auch mit die andere geschwister nicht im tiktok damals hat kein tiktok gegeben sondern in der reale welt jede zweite wort und der herr hat gesagt und der herr und der herr und eines tages hat ein bruder gesagt wenn der herr so viel mit dir spricht da hatte keine zeit für uns wenn ich den herr jesus liebe und mir dieses geschenk gegeben hat jetzt nicht missverstehen christ ich habe das anders gemeint es ist gut dass wir reden machen aber muss man aufpassen auch auf die worte wenn jemand etwas sagt weil das kann auch missverstanden werden und dann wird es weißt du dann da haben wir jetzt einen kleinen konflikt an bisher kämpfe ich meine das jetzt nicht wieder privat für dich sondern mehr gesproken und vielleicht jemand findet sich wieder in diese worte niemals privat nehmen und wenn ich etwas erzähle hier und ich sage danke dass ihr auch geduld mit mir habt und offene ohren dann sollst du immer wissen ich spreche von meinen eigenen erfahrungen ich will niemanden zu nahe kommen ich will niemanden mit dem finger zeigen oder von oben herab gott bewahre ich möchte mit gott frieden haben ich möchte ein gutes gewissen von dem herrn habe und so eine gesinnung werde ich nicht zulassen aber wenn ich sowas sprechen mache ich von meinen eigenen erfahrungen und das was ich durchgemacht habe und das sage ich vielleicht jemand ist von von und von die 70 75 73 80 leute mit uns zusammen vielleicht jemand ist auch in dieser situation und vielleicht braucht diese worte vielleicht ist er auch in diese wie sagt man das in diese kleine sankas und merkt das nicht und vielleicht werden die augen offen so genau wenn das da wo sein wort sagt oder tut es vielleicht ein wort kann dein ganzes leben verändern denn dieses wort von dem herrn ist ein wort kann dich tragen ein wort kann dich verändert ein wort kann dich von deinen trübsal traurigkeit sofort wieder fröhlich machen innerhalb von sekunden wenn dieses wort von dem herrn ist und wenn wir warten allein wort von dem herrn und das ist wunderbar weil unsere jesus lebt deswegen lässt der herr diese gemeinschaft auch wenn wir nicht sagen denn der bruder wieder etwas spricht dann sage ich auch danke herr dass du zu mir heute gesprochen hast der bruder weiß es nicht aber du hast zu mir jetzt gesprochen oder auch wenn jesai ja jetzt 40 minuten schweigt vielleicht sagt sie eine wort bob ist eine andere person berührt in chat sagt dieses wort habe ich gewartet herr danke und so ist dass es ist wunderbar wie der herr arbeitet aber nie persönlich nehmen niemals persönlich das ist einfach so weißt du für uns alle auch öfters ich als jani predige für mich selber auch ich höre mich selber sage ich her ich prüfe mich selber mit meinen eigenen worten danke das ist richtig ja das stimmt das stimmt was du sagst und ja der herr jesus der ist keine religion das ist einfach so ich habe einfach gelernt auch durch ihn wieder locker und auch durch die schwester violetta habe ich auch gelernt dass der jesus in einem leben will auch durch den daniel im fackelträger er hat mich so erbaut auch mario mädbach ich sage euch so wie es ist das sind herzensmenschen und ja ich habe euch einfach liebgeworden das ist einfach so ich bin kein lügner und ich und ich rede noch mal nicht über menschen die nicht hier sind weil meine frau hat mir beigebracht ich sage rede nicht über menschen denn die nicht hier sind aber ich muss das gute sagen jesus sagt mir ich soll das gute sagen und ich sage das gute über diese menschen weil ich sehe einfach ich sehe einfach früchte bei diesen menschen und ja sie sie bauen mich jeden tag und einfach dafür möchte ich danke sagen einfach danke dir bruder alle ehren gebürt der herr jesus christus sehr schön wo haben wir wieder frieden in diese chat schlafen wir gleich alle wieder ein hier ist wieder friede reingekommen in diese chat gott sei dank ich habe mit meine frieden nehmen lassen ja aber schon gewusst dass das so kommt da hast du uns wieder geprüft eine training hast du gemacht ich bin wieder davon geflogen jerry hat wieder motor an gemacht hat der herr uns wieder eine kick gegeben ja ich meiste so wenn er dann kommt das jedes mal so weiter aber heute habe ich gemerkt was hat sie sich beinahe verschluckt seine zunge habe ich gemerkt heute hat mir ein bisschen nach alkohol gerauchende tipp ja kann sein weißt du wie armselig zustand es ist wirklich zu bedauern wenn wir das wirklich dann normalerweise tue ich das nicht aber wenn wir von die andere sichtweise sehen dass jemand um fünf uhr halb fünf reingeht und alle menschen verflucht und verwünscht und macht was seine seele wie schläft er in der nacht wie kann er mit dieser finsternis mit dieser bosheit schlafen alle leute will erschlagen alle andressen alle das alle jenes er greift dich privat deine familie deine dein test mich test der andere nennt er so so wie können die leute die diese quelle weil das alles was er spricht kommt von seinem herzen wie kann er dann ruhig gehen und schlafen und träumen und machen sage ich her was wir armseliges leben in wirklichkeit führen diese menschen und merken das nicht mal wie kann er wissen sein müssen um fünf uhr in der früh geht er bewusst in ein christlicher chat um die menschen zu verfluchen kann ich nicht verstehen denke ich denke diese er braucht also denke ab und so weiter ja dann musst du nächstes mal weil wasser haben rutscher wasser alles ist der wieder arbeiten du musst befreiungsdienst machen wieder locker beim denkt nach denkt nach wie heißt das rück ja rücker rücker mit jerry wenn er nicht arbeitet zusammen hier ja aber schon gedacht dass so kommt weißt du aber da kommt probiere wie noch einmal geben wir eine chance weiß ja dass das ich falsch liege nein bist du nicht falsch oder ist es eigentlich nur ein vorwand gewesen diese frage dir gestellt hat weil ich wollte sie eigentlich beantworten ich wollte eigentlich sagen ja ich habe für jeden menschen mit leute der irgendwie schlechtes erleidet weil der jesus christus würde es doch auch so machen naja ich finde das ist eine ganz normale einfache antwort hat aber dass er dann auch wieder locker so gegangen ist das fand ich nicht mehr gut und das fand ich dämonisch ehrlich gesagt und ich kann nicht mit dämonen an einem tisch wenn ich spüre dass dämonen präsent sind dann muss ich gehen dann muss ich gehen es ist einfach so 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 denke ich ist es als christ oder janis was sagst du dazu ich gesehen wie eine kawasaki bin ich abgehauen ich wollte ihm eigentlich die frage beantworten hat das war alles aber das ist so beantworten er fülle jetzt mit die menschen erfüllt nicht mit seinen nachbarn jetzt was für was erzählt er für knoblauch hier meinst du wir fressen seine knoblauch und seine zwiebelchen was will er uns erzählen mit seinen nachbarn hat er vielleicht fünf jahre nicht gesprochen und erfüllt er jetzt die personen in australien wird er mich jetzt verreppeln oder was hast du nicht gesehen wie er fühlt er verflucht uns alle hier wie kann diese person fühlen die menschen mit fühlen und dies und jenes aber ja nicht wenn wir diese verkaufen bei uns da gehst du verkaufst du diese müll bei jemand anderen in den chat da wo die leute dich anbeten und sagen popo ich habe vier fünf stunden mit dem denkt nach in seine chat verbracht ich war so gesegnet so schön hatte gesprochen gehst du verkaufst du bei diese leute deine müll aber nicht bei mir geht nicht sie kann er mit bei schafen unter den löwen weil das geht nicht oder wölfe und seine maschine sagen wir mal lieber wölfe unter den unter den löwen weil die hier sprechen löwen das ist einfach so und ich weiß nicht was wölfe bei löwen zu suchen haben und hochmut kommt vor dem fall also wenn das nur eine frage war oder einfach nur wie soll ich sagen ein vorwand war um ja um unruhe zu stiften dann finde ich selber ein christ nicht was hier gefragt hat wenn du morgen fragst der weiß nicht heute ob der überhaupt hier bei uns war jetzt so viel chat wo er wechselt ach so ok jetzt 20 stunden hier drin und dick doch er hat den faden verloren vielleicht will er den herrn jesus sind denn er ist die weite der weg der weise das leben mit ihnen schaust du den jesus finden viel spaß nein nein ich habe ja auch schon viel gehört davon dass er also wirklich wahre christen manipulieren will und so und ja aber ich sage ja ich würde halt gerne sprechen wenn er auch dabei ist und ich bin nicht so ein mensch der über jemanden im hintergrund redet und gestern ab und zu mal macht der live lastig hoch gehen und gestern das sprichst du mit ja aber egal auch wenn er mich beleidigen wird ich werde nichts ich werde nicht so sein ich bin nicht so ein mensch das ist einfach wirklich wahrheit wenn jetzt mal ganz ernsthaft unter uns christen wenn der herr jesus in einen wohnt dann kann man doch gar nicht mehr so beleidigend sein so wie man früher war früher war ich genauso früher war ich ganz genauso und vielleicht sogar noch schlimmer und ich sage auch heute noch ich bin schlimmer als jeder andere ich sage niemals ich bin ohne sünde nie im leben würde mir das einfallen das zu sagen aber ich kann sagen jesus hat mein leben verändert weil er in mir wohnt und deswegen bin ich auch nicht also ich bin nicht dafür bereit wenn der wenn der satan kommt und irgendwas mehr anbietet ich sage ihnen direkt nein ich geh dem herrn jesus ich geh nicht dieser dann das war früher einmal jetzt nicht mehr fertig klerk also auf rumänisch heißt es g und so ist es wenn der satan kommt mit irgendwelche anfechtungen wenn er sagt ja komm mir tik tok sportlich auch mal einen joint ja dann sage ich nein weil der satan du hast immer so viel der satan hat immer nur so viel kraft wie du ihm zulässt wenn du dem satan keine kraft gibt dann hat er auch keine kraft so ist er hat dann keine kraft egal was er versucht wenn du sagst nein g g satan ich gehöre jesus christus er hat für mich am kreuz sein blut vergossen und für jeden menschen auch für muslime für jeden menschen hat er sein leben gegeben und wenn sie das begreifen dann werden sie christen ich sag's euch so wie es ist wenn die muslime das begreifen dass ein mensch der gott der gott ist und mensch geworden ist aus liebe zu uns menschen gestorben ist damit wir ewig leben können weil es nämlich bei gott durch 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 sünde keine vergebung also gott kann nicht mit der sünde eins sein also das heißt wenn jemand sünde macht das trennt von gott also und deswegen ist der jesus gekommen ist für uns am kreuz gestorben von golgata vor 2000 jahren für jeden menschen auch auch muslime auch auch die warm butter glauben auch die egal wie jeder mensch egal welche hautfarbe er hat egal was er ist für jeden menschen gestorben und jesus ist gott ob sie es wollen oder nicht es ist einfach die wahrheit die wahrheit bleibt die wahrheit man kann nur die lüge verdrehen man kann nur die lüge verdrehen wenn man weiß dass der koran 600 jahre danach gekommen ist nach der bibel dann und sie vieles aus der bibel gestohlen haben und sogar sagen ja mohammed war ein prophet ja wenn mohammed ein prophet war wieso hat er nicht gewusst wann er stirbt weil dann hätte gott ihm offenbart und hätte gesagt hey pass auf da diese frau die vergiftet dich aber nein er kann kein prophet gewesen sein weil wenn er ein prophet gewesen wäre ja dann hätte er es ja von gott offenbart bekommen ohne respektlos zu wirken aber mich regt es auf wenn sie sagen ja wie kann euer gott in am kreuz sterben ja der fleisch das fleisch genau ist am kreuz gestorben aber unser jesus ist nach drei tagen auferstanden und erlebt jesus ist gott so ist es und so bleibt es in ewigkeit bis ich bis ich von hier gehe denn wir christen wir sterben nicht wir gehen nach hause sie wissen nicht wo sie hingehen wir gehen nach hause und das ist einfach die wahrheit die wahrheit kann man nicht verdrehen man kann nur die lüge verdrehen wenn ein stück weit drin stück lüge so wie der satan halt spielt ja dann kann man zu drehen aber die wahrheit die reine wahrheit kann man nicht verdrehen stavros bist du noch auf die runde wo bist du mein freund mein bruder ich bin am bahngleis warte auf meine bahn habe bist du schon fertig mit den schicht ja der kollege kam sehr früh und dann konnte ich auch gehen wie war heute deine nacht anstrengend oder geht ruhig 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 bedankt ja ruhig vorhin hat es hier so gewinnt ich habe neue frisur kostenlos bekommen ok ja aber dann musst du wieder arbeiten oder morgen erst frei nein heute muss ich von 18 uhr anfangen 18 bis 6 uhr wann gehst du schlafen ich gehe jetzt nach hause mach mich fertig ok ja und dann lege ich mich hin daher will um so gegen sieben danke machte liebe daher segne dich 7 8 uhr bis 14 15 uhr so rum ja beten wir dass der herr die eine bessere andere arbeit gibt schauen wir mal was der herr da macht ja wird machen aber ich muss auch meinen meinen bewegen selbstverständlich kommt nicht jetzt in deine tieren klopft die arbeit und sagt ja ich bin halt mit dem herrn gerade ich weiß eh nicht was ich will gerade ich weiß nicht was ich mit meinem leben in welcher ich habe dann geht anfangen anfangen will und da ich spreche mit ihm momentan darüber auch und ich vertraue auf ihn da wird mir schon den richtigen wesen oder ich in deutschland und ich habe arbeit ich habe arbeit aber was hast du gesagt was was wir haben damit für eine bessere arbeit bruder das besser also nachschicht und diese diese ganze jahr und diese viele stunden zwölf stunden jeden tag weißt du security wie die sind es dass der herr in ein besserer arbeit gibt dass er zeit hat mit dem herrn für die gemeinde nicht wochenende auch sonntags und dies und jenes einfach es ist noch jung dass er nicht in dieser arbeit hängen bleibt genau so gut erklärt mein bruder bitte bitte stappos bitte meine freund wo genau dennis vielleicht schreibe ich das dir privat lieber bruder hast du privat würde ja am stuttgart baden-wittenberg ist gut weil da gibt es mercedes gibt es viele schöne große werke dies jenes hast du dich bewerbung gemacht hat rennes davros in diese auto industrie aber da kommst du nur mit zeitarbeit firma das ist auch nix ja 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 habe ich zu schnell ja auch in bayern ist das so mit mit bmw hier mit audi hier wo ich bin ich bin in neuburg in ingolstadt da haben wir audi hier dann haben wir dann voriziert dann haben wir die andere zu zu lieferer von audi da arbeiten in audi in dem werk 18.000 menschen ein ganzer stadt da drin ist aber der dennis der junge der unten jetzt der zweite stock wurde das habe ich ihn gestern getroffen und hat mir gesagt ja ich bin jetzt in audi aber auch durch ein zeitarbeit firma und das ist mir zu viel und dies und jenes und aber trotzdem auch weiterhin haben wir sogar ein gespräch gehabt sagte 25 euro die stunde gibt audi zurzeit sage ich was sagte ja jetzt ist zurzeit 22 hat mir bezahlen gesagt habe ich gesagt so gut bezahlen die sagte ja aber bisher das schwer sage ich ja bisschen schwer ist es ja arbeit und dann habe ich gedacht ja das vorgesehen bruder wir haben nichts damit sie wollte dir nur sagen auch bei uns ist hier ja weil wenn jemand baden witte berg ich höre vielleicht bist du kannst weit weg von diese sachen jetzt waren nur meine gedanken oder wenn jemand sagt in bayern dann kommt mir bmw audi und in augsburg kommt mir immer ein siemens ostram ostram hat zugemacht und dann kenne ich mich hier in bayern wenn jemand oder baden wittenberg oder das dann denke ich mir aber dann kommt mir immer der gedanke wer nimmt heute in diese große firmen jemand direkt geteilt ist aber wir haben dem herrn der herr kann machen da kann alles machen der hauptsache das ist der unterschied wenn wir wirklich denken so wird die welt denken und dem herr nicht in unsere gedanken beziehen dann haben wir verloren aber der herr kann das alles machen arbeitet jemand drei vier monate irgendwie zeitarbeit firma und dann auf einmal heißt sie sind festangestellter ob was ist los und andere warten seit zehn jahren und sind noch nicht festangestellt ein beispiel jetzt denk nach hast du gehört wo ich wohne ingolstadt neuburgante donau ich schreibe dir eine adresse kommst du besuchst du mich kaffee trinken griechische kaffee haben die mocker hallo ja schalom kommentor gott 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 gut geht ist die alles ok bei dir gott ist reichen siegen naja es geht das bedeutet will nicht darüber reden ich bete für dich ok danke denn du musst wissen der herr jesus der weiß der kennt ein herz ganz genau und wenn ich dafür bete dass es dir wieder gut geht egal was auch immer hast dann wird der herr jesus das machen davon bin ich überzeugt und wir sollen so beten als wäre es schon geschehen also bete ich jetzt dann gehe ich jetzt ins gebet danke dir ja wo ist er raus geflogen vielleicht in straßen hat er gesagt er wartet auf internet vielleicht hat er punkt ja ganz genau jesaja du sprichst so viel heute ja was soll ich denn sagen ihr seid ihr seid ja gut dabei ich hör zu und ich leite ich habe nicht gemacht ich war faul entschuldigung das heißt auf nachher muss like jetzt ist es ans licht gekommen system ja ich will auf 20k hoch und damit bin ich beschäftigt die ganze zeit ja wir helfen auch ein wenig für 20k so jetzt machen drei in drei minuten jetzt nicht mehr jetzt sind jetzt nicht mehr recht machen heutzutage dann nichts man kann nicht mehr recht machen jetzt mache ich die nummer ohne euch wo wart ihr die 5000 davor gefühlt ja wir waren da um like das ist jetzt eine psychische nummer das muss ich jetzt zu ende bringen ohne euch ja alles gut vor allem ingolstadt ja vorher war die gespräche gut zu hören ich glaube da kann man mit schiffen fahren ich glaube ich war da schon mal da oder nicht die leuchte schlafen gerne dabei uns ich habe für dich gebetet ich hoffe und ich weiß dass der jesus christus dir hilft ich weiß zwar nicht was du hast aber ich weiß dass der jesus kennt jeden sein herz und ja ich habe für dich gebetet obwohl ich kenne dich nicht aber jesus kennt dich und er wird dir auch helfen ich bin so ein mensch wenn ich helfen kann dann tue ich es auch für mich bitte 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 ja gut dann bin ich gleich wieder im gebiet viele dank bitte doch einfach laut hier dann ist es halt so ja jesus christus ich möchte danken in deinem namen herr dass du jeden von uns kennst so wie wir sind herr ich danke dir in deinem namen herr jesus christus der du am kreuz zu uns gestorben bis zum golgatha der sein teures blut für uns vergossen hat herr jesus christus du kennst jeden menschen ganz genau herr vergib du den menschen die uns angegriffen haben herr jesus christus hilf du auch den komal noch einmal egal was auch immer hat wenn er nicht nur darüber reden will aber herr du weißt mit dir kann er reden ich danke dir in deinem namen herr jesus christus der du am kreuz zu uns gestorben bis zum golgatha ich bitte dich auch für für janis und ich bitte dich auch für stravos dass er eine arbeit findet dass du ihnen eine arbeit gibst herr jesus christus die angemessen für ihn ist denn du weißt am besten was für uns gut ist und was für uns nicht gut ist ich danke dir herr jesus christus durchflutet du uns mit deinem heiligen mächtigen geist herr jesus christus halte du alle dämonen fern herr jesus christus alle dämonen des satans müssen verschwinden in deinem namen denn du hast gesagt wer so betet in deinem namen müssen sich alle knie beugen im himmel auf der erde und unter der erde so steht es geschrieben so ist es herr jesus christus dein wort gilt herr alle ehre dir herr jesus christus ich danke dir in deinem namen ich bitte auch für jesse jesse oder wie sie heißt dass du sie auch behütest herr jesus christus durchflutet du uns mit deinem heiligen mächtigen namen mit deinem heiligen mächtigen geist herr jesus christus dass wir erkennen dass du alles nur das beste für uns willst und dass nicht immer das was wir wollen dass das auch das ist was du willst herr jesus christus ich danke dir in deinem namen dass du in uns wohnst und dass wir erkannt haben dass du herr jesus christus in uns wohnen willst und dass wir so leben sollen dass du in uns wohnen kannst herr ich danke dir in deinem namen dass du am kreuz uns gestorben bist von golgatha durchflutet du uns mit deinem heiligen mächtigen geist herr jesus christus schick du deine heiligen mächtigen engel zu uns herr jesus christus die wirklich von dir sind herr das durchflutet du uns mit deinem heiligen geist an jeden seine stelle da wo du ihn da wo du ihn haben willst herr jesus christus ich danke dir in deinem namen dass du das jetzt schon tust und vergib uns alle unsere sünden auch die wo wir nicht wissen dass sie sie getan haben auch da wo der satan irgendwelche machenschaften ausüben wollte verbiete ich es in jesus christi namen mit deiner autorität herr jesus christus verbiete ich dem satan und seinen dämonen irgendwelche machenschaften auszuüben und dämonischen geister verschwinden in jesus christi namen und genau so hast du gesagt wer so betet müssen sich alle knie beugen im himmel auf der erde und unter der erde ich danke dir jesus christus dass wir eine herrliche beziehung meine geistliche beziehung auch mit dir haben dürfen hilfst du uns mit dir im geiste zu wandeln herr jesus christus dass wir nicht mehr so fleischlich sind auch ich habe ein riesenproblem halt damit aber du kennst uns herr jesus christus und ich danke dir dass du das jetzt schon tust und ich danke dir dass du das jetzt schon getan hast denn du hast gesagt wenn man so betet dann soll man beten als hätte man es schon erhalten deswegen danke ich dir in deinem namen herr jesus und vergib uns alle unsere sünden amen und hilf uns bessere menschen zu sein amen so amen bruder vielen dank gerne der jesus christus der kennt jeden menschen ganz genau und er tut an unseren herzen rühren er weiß was richtig ist und was falsch ist wir nicht immer aber gott immer ja genau wir sollten alle für morgen und gottes segen entschuldigung gottes reichen sägen euch ein dankeschön ich habe mitgebeten solange ich mich hier nebenher am richten und anziehen bin für die arbeit gottes segen euch alle hallo schönen guten morgen guten morgen gottes segen gegen deine familie dankeschön geht es euch gut alhamdulillah den umständen entsprechend aber jesus tut alles was er ja richtig richtig ja ich bin auch total erschöpft und ab also wirklich ja wie sollte man dann sagen abgebrannt also ich freue mich dann jetzt auch aufs wochenende und dass ich dann auch ein bisschen zur ruhe kommen kann ja sehr schön schalom oder die andere schalom ex ungläubige ja und guten morgen ja schönen guten morgen gottes segen hey ex ungläubige schluss heute alles gut so ruhig normalerweise kommt rein und bis so happy wie mona ich habe die erfahrung gemacht dass nicht jeder mit meiner guten laune zurecht kommt um bled a bissl vorsichtig jetzt mir auch ich schreck manche mit meiner guten laune so ab und und dann bin ich ein bisschen vorsichtig mit meinem auftreten tue lieber bis man ruhig und ganz entspannt so dass ich nicht alle aufscheue ich das ist ja so gut je nach lust und laune war ich bin immer soll doch unsere stärke sein für die einladung aber ich kann leider nicht ich muss hier den morgen vorbereiten ich wünsche euch einen schönen gesegneten tag und hörbar weiterhin zu meine lieben wo zieht nur ich sag mal habt ihr das gehört mit dem video da gibt es eine dokumentation mit dem barabbas evangelium aber gibt es so eine bibel gefunden fast 2000 jahre alte bibel jetzt hier nicht schicken ja ich kenne da drin steht geschrieben dass mohammed de messias ist und das ist ja ja bei einer wasser evangelisch geschrieben dass der messias mohammed wäre und das spricht gegen die koran falls der internetseite der video von irgendein muslim ist da gibt es eine dokumentation extra du es mal läuft schon mal in bahnabas evangelisch steht geschrieben dass das mohammed de messias ist das kannst du lesen ja das war irgendwie war das mal im fernsehen oder für den fall gibt es da so ein richtiges video also eine dokumentation gekutzt wurden das sollte man schon ich habe das nicht ganz verstanden ja suchen google barabbas evangelisch also übersetzung davon dafür dafür da wir schon finden und dann kannst du das lesen ich auf youtube gibt es das auch kann schon lesen vorlesen lassen was da drin steht und da drin steht dass ich schicke euch mal diese ich schick dir mal den link oder so oder mal wie mache ich das jetzt am besten ich muss mal ganz kurz rausgehen wartet man wann das ist eine fälschung ja das ist es so voll blut jeside verloh ich habe das jetzt kopiert ich mache ich mal weiß ja schick das ist irgendwas anderes noch einmal schick dir das mal wie mache ich denn jetzt gehe ich bin wieder locker auf die habe ich das geschickt wieder locker dass wir nehmen bin nämlich jetzt noch mal jetzt mal oben noch mal die sei ja heute mal schicke ich das auch mal ich habe das jetzt her geschickt jetzt schicke ich das noch mal den komal und warte mal auch noch mal warte mal mache ich das so wie geht das noch mal denn liebe geschwister versteift euch bitte nicht in gefälschte schriften klar und dagegen zu argumentieren dass die 1200 nach christus kam das reicht ja schon um die glaubwürdigkeit solche schriften einfach zu revidieren ich habe gesagt der inhalt revidiert dieses buch schon wo von dem er spricht ja aber allein schon das datum bruder das raus kann man muss den inhalt ja überhaupt nicht wissen 1200 jahre nach christus das kann man gleich in die tonne schmeißen das hat ja keine glaubwürdigkeit da ist es sehr wahrscheinlich hat jeder muslim geschrieben man unwissende oder zu wie 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 die koran einfach ein fälschung der bibel geschickt und ex ungläubig unten ex ungläubig die auch in uns so genau so so soll ich jetzt wahrscheinlich geschickt ja das heißt verbotenes kapitel verbotenes kapitel der bibel heißt das was ist von einem muslim oder was nein das ist eine fernsehdokumentation das ist natürlich das nicht schicken wenn es blödsinn ist und weiß ich blödsinnig ich meine wenn das jetzt irgendwie so ein blödsinn wäre ja ich habe ich schon habe ich finde das fantastisch interessant auf jeden fall und dann haben sie auch die katakomben gezeigt von dem vatikan wie viel schriften da liegen die da keiner sehen darf paar millionen wusstet ihr das was da liegen ganz viele schriften unter also in den katakomben ja ich weiß der wahnsinn ja du was soll man ja schaut euch das mal an und ja ich weiß nicht ob ihr das doch öffnen können meiner weise bei mir zu link verschickt von whatsapp dann kannst du gleich draufklicken und hier weiß nicht vielleicht geht das hier auch auf jeden fall ist genau der link ich muss mal den bruder my way anschließend lieber bruder mein leben 2 ich weiß ich würde dich bitten wenn du in zukunft auf sowas stößt bitte schicken wir sowas nicht ja um was geht es denn jetzt nein ich meine es ganz lieb ich greife jemanden an bitte schick dieses barnabas evangelium oder apokryphen damit du weißt dir die mühe nicht extra machen muss ich greife dich nicht an ich sagte es dir in ganz voller liebe solche sachen ich will mit solchen sachen gar nichts zu tun haben die vergiften nur einem finde ich denn das ist doch unsinn der vergiftet nichts im fernsehen ja wie gesagt das ist aber meine meinung mein lieber ich will mit sowas nichts zu tun haben bitte in zukunft mir sowas nicht mehr mitteilen wenn es völlig in ordnung ist ja ok danke dir ja alles gut will jemand sonst die bibel lese welche war wissen israel 200 jahre nach kam diese wahrheit die offener irgendwo geschrieben hat um menschen zu verwirren du kannst dich gerne irgendwo verwirren lassen und solche geister in dir lassen bestätigen sie auch verwirrung aber ich will damit nichts zu tun haben und gottessegen dir also ich lese hier mal was auch so was ich gerade gegoogelt habe und sollte es auch also warte mal wobei stehen blieben denn nach allen wissenschaftlichen erkenntnissen handelt es sich bei diesem zweifellos faszinierenden text um eines sicher nicht eine authentische lebensbeschreibung jesu apostel barnabas also ist totaler schwachsinn ist es naja google sagt aber auch dass mohamed der beste mensch der welt ist also ich weiß nicht ob jetzt aber ich meinte ja barnabas evangelium ist schwachsinn aber google ist jetzt nicht um quelle der wahl muss ich mir ja anmerken ja informationen kann man schon heraus google also ganz so man kann jetzt google betrachten wie man will also da kann man schon spontan alles erfahren oder stimme muss halt immer ein bisschen man darf nicht immer einer seite vertrauen wie macht es dann immer dass sie mehrere anschauen da will jemand erster thessalonicher 4 google mal wer wer war der beste mensch der welt google mal das habe ich schon das war eher lachen was kommt mohammed ja 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 auch ich dann so es kommt sondern mohammed also gerade der wo wirklich alle alle sünden begangen hat die man sich nur überhaupt vorstellen kann schlimm 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 soll ich mir erlernen zu glauben ach ja was ich sagen wollte was ich unbedingt loswerden wollte deswegen bin ich eigentlich noch mal hochgekommen weil der herr jesus sagt doch glaubt denen nicht die mit irgendwelchen schriften kommen 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 die sich auf mich berufen sollen denn sie sind lügner sagt gottes wort ja das wollte ich nur loswerden weil das steht in gottes wort drin so dass wir denen nicht glauben sollen wenn sie mit irgendwelchen schriften kommen die sich auf den herrn jesus berufen ja aber wie gesagt es ist wirklich zeitverschwendung aber gesagt den halt der datum wo das gemacht wurde und 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 ist zeitverschwendung antichristlich der satan ist ein zeitdieb das dürfte nicht vergessen ein zeitdieb er will uns die zeit stellen wo wir eigentlich geschwister oder erbauen könnten oder von jesus christus erzählen können oder menschen sogar zu dem herrn führen denn wenn wir einen einzigen menschen nur zum herren führen haben wir schon mehr geschafft als wenn wir eine ganze predigt da sagst du was richtig ist das habe ich erst vor paar tagen thematisiert da wie ablenkung zum thema gemacht womit wir uns alles ablenken lassen ja der satan hat so viele paletten wurde anbietet aber nimmst du eine von ihnen an dann sagt er okay dafür will ich aber auch meinen preis haben das was ich vorhin schon erklärt habe mit dem glas nimmst du eine einzige palette von ihnen an sagt der moment hat er das getan was du wolltest oder das was ich wollte was ich angeboten habe ich habe sie nur angeboten ich habe sie nicht aufgezogen ich habe sie nur angeboten und und dann nimmst du es an und schon bist du in der falle des satans drin es geht so schnell das kriegt man gar nicht mit und selbst er kommt ja nicht und sagt ich bin der böse satan das ist von mir nein nein er kommt und lockt dich mit der wahrheit und dann bringt irgendwann lüge rein dann bringt er wieder wahrheit und wieder lüge und irgendwann kannst du nicht mehr wahrheit mit der lüge unterscheiden und das ist das gefährliche weil irgendwann lügt er dich nur noch an und du denkst auch er hat mir bis jetzt immer die wahrheit gesagt ich habe es immer überprüft das ist die wahrheit gewesen aber dann überprüft das nicht mehr weil das ja immer die wahrheit war und dann hat er dich in der lüge und ich möchte nicht in der lüge leben ich will in der wahrheit leben beim herrn jesus da bin ich voll und ganz bei der armen denn wir sollen kinder des gottes sein wir sind nicht mehr wir waren früher gefangene der sünde aber jetzt sollen wir gefangen wir sind halt wir sind frei wir sind wirklich frei weil der jesus hat gesagt wenn wenn ich frei mache der ist wirklich frei nur derjenige ist frei den ich frei mache also wenn wir glauben dass jesus gott ist dann sind wir befreit dann sind wir befreit in jesus christin namen und dann kann der satan alles versuchen wenn wir ihm sagen nein nein gewägt damit er bietet dir das ein nein nein das kenne ich schon geh mit den tricks weg dann kann er nichts tun denn der satan kann nur das tun was du ihm zulässt denn da denn gott hat uns jeden menschen einen freien willen gegeben selber zu entscheiden was wir tun und was wir nicht tun soll aber das heißt nicht dass jede entscheidung auch eine gute entscheidung ist deswegen sollen wir dem herrn jesus voll und ganz ähm unser leben geben weil er weiß besser was mit unserem leben anzufangen ist als als das was wir denken dass das gut ist denn der jesus selber sagt wie nennst du hier gut denn es gibt nur einen der gut ist und das ist der herr im himmel wir sollen nicht auf irgendwelche gefühle wie der wieder locker schon vorhin auch gesagt hat wir sollen nicht auf irgendwelche gefühle so achten denn gefühle kann der satan auch täuschen aber der jesus der täuscht niemanden denn die wahrheit ist der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater denn durch mich sagt jesus und das ist ganz klare botschaft denn durch mich denn der herr jesus er wollte nicht sterben und kreuzung golgathe fleischlich gesehen er hat gesagt vater wenn es irgendwie möglich ist dann lass den kircher mir vorüber gehen doch es ist kein anderer weg es gibt keinen anderen weg außer durch jesus christus jesus christus ist die tür zum himmel das ist einfach die wahrheit und weil jesus und so sehr liebt deswegen sollen wir im jesus bleiben und damit jesus in uns bleibt und wir gerettet sind auch wenn wir sterben werden wir leben und genauso sagt es gottes wort auch genauso denn wir christen gehen nach hause wir sterben nicht amen psalm 53 dem vorsänger nach machalat ein maskil von davu der narr spricht in seinem herzen keinen gott sie handeln verderblich und begehen abscheulichen frevel da ist keiner der gutes tut gott schaut vom himmel und auf die menschenkinder um zu sehen ob es einen verständigen gibt einen der nach gott fragt sie sind alle abgewichen allesamt verdorben es gibt keinen der gutes tut auch nicht einen einzigen haben denn die übel täter keine einzig die mein volk verschlingen als essen sie brot gott rufen sie nicht an dann aber überfällt sie furcht wo nichts zu fürchten ist denn gott zerstreut die gebeine deiner belagerer du machst sie zu schanden denn gott hat sie verworfen ach dass aus zion die rettung für israel käme wenn gott das geschick seines volkes wendet wird jakob sich freuen und israel fröhlich sein amen das sind schöne kurze psalme weil ich nicht so wie 119 da kann ich gleich psalm 54 hinterher lesen das nicht der längste psalm der 119 ja magst du den vorlesen können wir erst mal lesen ab vers 13 bitte der bruder dennis fragt ganze zeit ja warte muss sie her suchen da bin ich im suchen bin ich immer nicht so schnell thesalonika erster thesalonika kapitel 4 ab vers 13 genau das hat man ist der vater der lüge und immer gewesen er ist ein mörder von anfang an und der täuscher dieser welt erster thesalonika 4 vers 13 ab da das passt die aufgeschritten gesagt hat und die wiederkunft des herrn ich will euch aber brüder nicht in unwissenheit lassen und über die entschlafenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen die keine hoffnung haben denn wenn wir glauben dass jesus gestorben und auferstanden ist so wird gott auch die entschlafenen durch jesus mit ihm führen den oder ja genau bruder bis zum glaube ich wollte dann oder dennis haben ich mache noch mal weil das ist muss ein bisschen fluss kommen die auferstehung der toten und die wiederkunft des herrn ich will euch aber brüder nicht in unwissenheit lassen und über die entschlafenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen die keine hoffnung haben denn wenn wir glauben dass jesus gestorben und auferstanden ist so wird gott auch die entschlafenen durch jesus mit ihm führen denn das sagen wir euch in einem wort des herrn wir die wir leben und bis zur wiederkunft des herrn übrig bleiben werden den entschlafenen nicht zuvorkommen denn der herr selbst wird wenn wir befehl wenn der befehl ergeht und die stimme des erzengels und die posaune gottes erschallt vom himmel herab kommen und die toten in christus werden zuerst auferstehen danach werden wir die wir leben und übrig bleiben zusammen mit ihnen entrückt werden in wolken zur begegnung mit dem herrn in die luft und so werden wir bei dem herrn sein alle zeit so tröstet nun einander mit diesen worten lassen wir jetzt die schwester jesai und bis lesen sie wollte vorher was lesen ich schlafe jetzt gut nachteile ich sehe dich gestimmt ja ich habe ja ich auch ich sehe dich auch mal gestimmt wie hast du das gemacht gute nacht ja ich bin da jetzt bestimmt hast du vorher gesprochen oder woher ist diese hast du es gesagt vorher ja natürlich habe ich das gesagt ich habe euch eine gute nacht gewünscht weil ich schlafe jetzt genauso wie bei mir immer im hintergrund schlafe ich jetzt auch keinen bock mehr die bibel rauszuholen ich habe gesehen dass du gestimmt war schon mal trotzdem gehört dass du was gesagt hast magie nein quatsch in christen live wäre das tödlich bitte diskutiert nicht aber das gute ist um die uhrzeit ist kein muslim hier wie ich habe euch alle gestimmt mit mit magischen blick oder was also ich weiß nicht jetzt ohne mist aber irgendwie hoffe du bist ein bisschen selten die letzten zwei drei tage ich würde so gerne mal in den kopf rein gehen so was war jetzt dann noch offen matthäus irgendwas hat sich einer gewünscht oder wir ja ja nein da unten im chat hat sich irgendjemand matthäus irgendwas gewünscht sind wir hier bei wünscht dir was ja anscheinend ja da matthäus 6 vers 5 bis 14 johannes 38 ja wir haben mehrere wünsche aha ja ja jetzt gesehen also ich tue jetzt abbrechen ach so ich habe gedacht du sagst jetzt du musst jetzt lesen ich bin ja müde eigentlich ok das wäre eine gute idee eigentlich schlafen zu gehen ich muss jetzt mal wir kommen wir sprechen später jetzt wo es interessant wird ja ok aber da steht noch was matthäus 6 vers 5 bis 14 vom winter stuhl ich kann es noch lesen wenn dann ja sicher leser wie noch der letzte bibelvers und dann ja ok weil das geht um beten irgendwie anscheinend und da bin ich immer gleich dabei schönen tag euch gottes segen und bleibt gesund ja gottes reichen segen also matthäus was war das jetzt 6 vers 5 bis 14 ok ja gut so jetzt wenn man betet und wenn ihr betet dann tut das nicht wie die heuchler sie beten gern öffentlich in den synagogen und andere straßenecken um von den menschen gesehen zu werden ich versichere euch diese leute haben ihren lohn schon erhalten wenn du beten willst zieh dich zurück in dein zimmer schließt die tür hinter dir zu und bete zu deinem vater denn er ist auch da wo niemand zuschaut und dein vater der auch das verborgene sieht wird dich dafür belohnen leere nicht gedankenlos leiere nicht gedankenlos gebete herunter wie leute die gott nicht kennen sie meinen sie würden bei gott etwas erreichen wenn sie nur viele worte machen folgt nicht ihrem schlechten beispiel denn euer vater weiß genau was ihr braucht schon bevor ihr ihn um etwas bittet ihr sollt deshalb so beten unser vater im himmel dein heiliger name soll geehrt werden lass dein reich kommen dein wille geschehe hier auf der erde so wie er im himmel geschieht gib uns auch heute was wir zum leben brauchen und vergib unsere schuld wie wir auch wir denen vergeben die an uns schuldig geworden sind lass uns nicht in versuchung geraten dir untreu zu werden sondern befreie uns von dem bösen euer vater im himmel wird euch vergeben wenn ihr den menschen vergebt die euch unrecht getan haben wenn ihr ihnen aber nicht vergebt dann wird gott auch eure schuld nicht vergeben wenn man fastet ach das ist schon vorbei ok amen bruder ich wünsche dann alle gottes segen euch und eure familie gottes segen moment wir haben noch erster johannes 5 bis 19 ich mag sowas wenn wir es nicht unvollständig das ist halt unvollständig ich mag sowas nicht wenn man was angefangen hat muss man es zu ändern also der letzte verse der allerletzte versprochen also gut ok erster johannes 5 bis 19 es leuchtet in der finsternis und die finsternis hat es nicht auslöschen können gott schickte einen boten einen mann der johannes hieß sein auftrag war es die menschen auf das licht hinzuweisen alle sollten durch seine botschaft an den glauben der das licht ist johannes selber war nicht das licht er sollte nur ein zeuge für das kommen des lichts sein das wahre licht ist der der in die welt gekommen ist um für alle menschen das licht zu bringen doch obwohl er unter ihnen lebte und die welt durch ihn geschaffen wurde erkannten ihn die menschen nicht er kam in seine welt aber die menschen wiesen ihn ab die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten denen gab er das recht kinder gottes zu werden das wurden sie nicht weil sie zu einem auserwählten volk gehörten auch nicht durch menschliche zeugung und geburt dieses neue leben gab ihnen allein gott das wort wurde mensch und lebte unter uns wir selbst haben seine göttliche herrlichkeit gesehen eine herrlichkeit wie sie gott nur seinen einzigen sohn gibt in ihm sind gottes gnade und wahrheit zu uns gekommen johannes wies immer wieder auf ihn hin diesen habe ich gemeint rief er wenn ich sagte nach mir wird einer kommen der wird über mir der der weit über mir steht denn es war er war schon da bevor ich geboren wurde aus seinem göttlichen reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen liebe beschenkt durch mose gab uns gott das gesetz mit seinen forderungen aber nun ist uns durch jesus christus seine gnade und wahrheit begegnet kein mensch hat jemals gott gesehen doch sein einziger sohn der selbst gott ist und in eigener gemeinschaft mit dem vater lebt hat in uns gezeigt amen amen ich wünsche euch gottes segen schlaft gut habt einen schönen tag im chat auch einen gesegneten tag einen gesegneten tag euch alle ja das wünsche ich euch auch allen danke wünsche ich euch auch alle vielen vielen dank danke dass ich hier sein durfte danke dass ihr mein Buch geholt habt gell wir hören uns wieder euch allen einen schönen tag das geht unseres ganzen ja eine wunderschöne gute nacht erstmal und dir ist travos einen schönen arbeitstag bruder danke bruder ich geschlafen tschau gottes segen uns zusammen tschau